Also wenn die Mitarbeitenden in der Arbeitsvermittlung nicht so und so viele Leute vermitteln, wenn die nicht so und so viele Gespräche führen, also da läuft alles nach Statistik, es geht eigentlich nur um Zahlen, es ist ein bisschen wie so Fließbandarbeit. Wo es auch Leute gibt, die sagen in der Leistungsabteilung, ich möchte nicht, dass er eine neue Wohnung bekommt, ich will, dass er auf der Straße landet. Ach, wenn die keine Lust haben zu arbeiten, dann sollen die doch einfach gar kein Geld bekommen, dann dürfen die von mir aus auch einfach verhungern, dann sollen die halt sterben, habe ich auch schon so gehört, genau so. Also eine Person, die für mehrere hundert Leute zuständig ist, da kann man sich vorstellen, da ist nix mit irgendwie individueller Beratung oder so oder ich nehme mir jetzt super viel Zeit für dich, um über deine Berufswünsche zu reden. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Die Welt der Arbeit ist eine Welt vermittelt durch Euphemismen. Obwohl der Arbeitnehmer die Arbeit gibt, ist er trotzdem sprachlich zum Empfänger der milden Gabe des Arbeitgebers geworden. Und wem diese Mildtätigkeit der Unternehmensführung dieses Landes versagt bleibt, der wird arbeitslos. Doch ist jemand, der arbeitslos ist, wirklich jeglicher Arbeit los? Oder eröffnet sich nicht erst dann eine ganz neue Welt von Arbeit? Anträge ausfüllen, Beratungsgespräche wahrnehmen, Angebote evaluieren, mit Sanktionen umgehen, herumrechnen und taktieren und sich mit den emotionalen Folgen arrangieren. Klarkommen, dass man nach allen Maßstäben des Erfolgs in einer kapitalistischen Welt nun erfolg- und nutzlos ist. Die Zeitung über ein Schreiben als sei man Ballast, den man sich für den Höhenflug der Wachstumsrate endlich entledigen muss und man den kalten Schweiß am Rücken spürt. Bei dem Gedanken, einmal wirklich auf dem Abstellgleis des Arbeitsmarkts dem Verfall überlassen zu werden und nur noch mahnen der Erinnerung, wie die verrosteten und verfallenen Fördertürme und Fabriken der ehemaligen Industriestädte für den notwendigen Niedergang im Zuge des Aufstiegs anderen in unserer Ökonomie zu sein. Doch in den Augen anderer sind der Gang zum Amt nicht Spießrutenlauf gespickt mit Schikane und Sanktionen, sondern ein Huhn für jeden, der noch für sein Geld regulär arbeitet. Einfacher Ausweg für all jene, die es sich gemütlich machen wollen in der sozialen Hängematte. Und so werden die Stimmen unter dem Schlachtruf, Arbeit muss sich wieder lohnen, laut, die damit leider nicht Lohnerhöhung und mehr Wohlstand für die Arbeiter meinen, sondern eher Elend und weniger Leistung für Arbeitslose. Was hat es also auf sich mit der Arbeitslosigkeit und den Agenturen, die sie verwalten? Wie viel Kulturkampf steckt im Klassenkampf gegen die ohne Lohnarbeit? Ist Arbeitslosigkeit wirklich ein so großer moralischer Makel der Bevölkerung, die einfach nicht mehr will oder nicht doch eher eine Folge aus den Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus? Hat die Arbeitslosigkeit und ihre Verwaltung nicht vielleicht sogar einen ertragreichen Nutzen für Staat und Kapital? Und schließlich, was sind Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter nun? Fegefeuer für die durch die Sünden der Arbeitswelt verlorenen Seelen oder paradiesisches Schlaraffenland für die Arbeitsscheuen aller Länder? Diese vielen Fragen besprechen wir nicht allein, sondern mit einer Insiderin im Jobcenter, die uns in unserer 119. Folge Jobcenter von innen genau darüber berichtet. Aber zuvor kläre ich noch mit wem anderes Grundsätzliches zur Arbeitslosigkeit. Herzlich willkommen, Marian. Schön, dass du heute da bist. Stell dich doch mal vor. Wow, was für ein Witz zum Anfang. So ein richtiger Türöffner, wo man einfach mal so richtig, ha ja, das war erheiternd. Und da kann man einfach so richtig schön die Bindung zum Zuschauer aufbauen. Genau, ich wollte auch, dass es direkt locker ist, dass du dich hier herzlich willkommen fühlst. Weißt du, dass du auch so direkt was hast, wo du drauf eingehen kannst. Ich weiß ja, du bist immer schüchtern vor Aufnahmen. So willkommen wie in einem Gang zum Amt, ne? Das ist das richtige Stichwort. Ja, denn wir haben heute eine Folge, die wir in zwei Teile eingeteilt haben. Und zwar einmal in einen Teil, wo Josch und ich mal grundsätzlich über Arbeitslosigkeit im Kapitalismus sprechen werden, weil das haben wir ja noch nie getan in unserem Podcast bisher eigentlich kaum zu glauben, weil das so ein wichtiges Thema ist. Aber das werden wir anhand der folgenden Punkte tun. Einmal allgemein, überhaupt, wann ist man arbeitslos? Was sind so die aktuellen Statistiken zu dem Thema? Dann sprechen wir über den Nutzen von Sozialhilfe, gefolgt von der staatlichen Verwaltung von Arbeitslosigkeit, um dann überzugehen zu unserem Kern der heutigen Folge, unserem Gastgespräch mit Lia, die im Jobcenter arbeitet und uns einen Insiderbericht geben wird, darüber, wie das Jobcenter organisiert ist, über das Verhältnis vom Jobcenter und seinen sogenannten Kunden. Und zum Schluss das Jobcenter und seine Mitarbeiter. Ja, in diesem Sinne, wir haben einiges vor uns. Starten wir einmal durch mit der Frage, wann man überhaupt arbeitslos ist. Ja, tatsächlich gibt es dafür einfach eine offizielle Definition, die in Deutschland so verwendet wird. Und die sieht so aus. Arbeitslose sind Arbeitssuchende, die vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, eine versicherungspflichtige Beschäftigung von mindestens 15 Stunden wöchentlich suchen, den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters zur Verfügung stehen und sich bei einer Agentur für Arbeit oder einem Jobcenter persönlich arbeitslos gemeldet haben und damit als registrierte Arbeitslose geführt werden. Darüber hinaus muss die Person in der Bundesrepublik Deutschland wohnen, darf nicht jünger als 15 Jahre sein und die Altersgrenze für den Renteneintritt noch nicht erreicht haben. Und in genau diese Definition fallen 2023 im Schnitt 5,7 Prozent der Menschen in Deutschland. Im Osten liegt hier die Zahl insgesamt etwas höher als im Westen. Das hat sich aber mit den Jahren im Vergleich zu den 2000ern deutlicher angeglichen. Die Arbeitslosigkeit ist in Deutschland regional unterschiedlich verteilt. Im Süden gibt es beispielsweise fast Vollbeschäftigung, im Gegensatz zu hohen Arbeitslosenzahlen in ländlichen Teilen Ostdeutschland, dem Saarland, Bremen oder auch bei uns im Ruhrgebiet. Generell muss man natürlich dazu sagen, dass diese statistische Erfassung so eine Sache für sich ist. Es gibt unterschiedliche Rechnungsarten für diese Statistik und es gibt eine ziemlich signifikante Differenz zwischen der registrierten Arbeitslosigkeit und der tatsächlichen Arbeitslosigkeit. Beispielsweise nicht erfasst werden Arbeitslose in bestimmten Maßnahmen, also zum Beispiel Berufsrehabilitation oder Ein-Euro-Jobs, die unter anderem deswegen auch in der Kritik stehen. Weil natürlich dementsprechend vorgeworfen wird, dass halt diese Leute einfach darüber aus der Arbeitslosenstatistik herausgerechnet werden, um ein besseres Bild der Bundesrepublik zu schaffen, wie der wirtschaftliche Zustand der meisten Menschen ist. Oder die sogenannte Stillreserve, die sich nicht arbeitslos meldet, beziehungsweise auch Studenten, Schüler, Rentner. International ist die ILO-Statistik, welche einfach eine Rechnungsart ist, wie man Arbeitslosigkeit berechnet, recht populär, in der man nicht mehr arbeitslos ist, wenn man eine Stunde arbeitet. Demgegenüber steht in Deutschland die BA-Statistik, die auch ihr wahrscheinlich immer wieder aus den Medien kennt. Die bezieht sich in der Definition von Arbeitslosigkeit auf die Definition, die wir am Anfang der Folge auch genannt haben. Das heißt, hier geht es dann eben um sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, über 15 Stunden, ab denen man dann eben nicht mehr als arbeitslos gilt. Also sieht man auch tatsächlich, es gibt auf der einen Seite diese ganzen Schönungsmaßnahmen, wie wir gerade schon angesprochen haben mit den Ein-Euro-Jobs. Auf der anderen Seite wird aber im internationalen Vergleich in Deutschland schon recht streng gemessen. Aber jetzt haben wir schon ein bisschen darüber geredet, wie das Phänomen Arbeitslosigkeit gemessen wird. Lass uns doch jetzt mal darüber reden, wie entsteht eigentlich Arbeitslosigkeit. Das ist auf der einen Seite die sogenannte friktionale Arbeitslosigkeit, die wohl am wenigsten kritisch gesehene Form von eben dieser, welche unvermeidlich beim Wechsel von einem Job in den anderen eintritt. Also hier kommt es ja in der Regel dann einfach zu einer sehr schnellen Arbeitsvermittlung am neuen Wohnort oder von eben qualifizierten Arbeitskräften, die dann einfach in den nächsten Job rein wechseln. Da gibt es ja dann auch Leute, die wirklich nur ALG1 beziehen, die noch gar nicht im Bürgergeldbezug drin sind, insofern sie lange genug für ALG1 gearbeitet haben, die dann einfach wieder weitervermittelt werden. Und das ist ja auch wirklich was, das werden wir noch in der Definition von Vollbeschäftigung sehen, dass das auch mit eingerechnet wird. Ja, dann saisonale Arbeitslosigkeit, die hat eine sehr, sehr starke Auswirkung auf die Statistik und entsteht halt zum Beispiel durch branchenbedingte Ausfälle von Arbeitsaufträgen und Entlassungen oder bei Kündigungswellen zu bestimmten Jahreszeiten, beispielsweise in der Baubranche, bei Saisonarbeitskräften, sicherlich auch sehr prägnant in der Tourismusbranche. Hier gibt es Maßnahmen von Saison-Kurzarbeitergeld, früher Schlechtwettergeld. Auf jeden Fall sehr passend. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten gibt es noch die konjunkturelle Arbeitslosigkeit. Das ist eben Arbeitslosigkeit, die als Folge von konjunkturellen Schwankungen entsteht. Und damit eigentlich eine Folge ist von der generellen Krisenhaftigkeit des Kapitalismus. Beispielsweise bei der Finanzkrise 2008 und der darauf folgenden Rezessionen haben wir das ja gesehen. Oder auch bei der Covid-Pandemie von 2020 bis 2023, wo ja wirklich alle von uns, ich meine, ich selber kenne das von mir, dann von Arbeitslosigkeit betroffen waren, weil einfach diverse Branchen nicht mehr arbeiten konnten. Hier ist eigentlich die gängigste Maßnahme und wohl auch eines der umfassendsten Projekte wirtschaftspolitisch überhaupt, nämlich die antizyklische Wirtschaftspolitik, die mit verschiedenen staatlichen Maßnahmen versucht, der Krise dann entgegenzuwirken. Wobei auch die, ähnlich wie ihr Name, der das natürlich jetzt nicht direkt meint, aber auch wirklich politischen Schwankungen unterliegt, weil diese grundsätzliche Idee von antizyklischer Wirtschaftspolitik auch immer wieder in Kritik geraten ist und nach, also wirklich abhängig von den Krisen dann auch populärer und weniger populär wurde. Zusätzlich dazu gibt es eigentlich auch noch so direkt wirkende soziale Maßnahmen. Während Corona und dem Ukraine-Krieg ist beispielsweise die Kurzarbeit ins öffentliche Bewusstsein gerückt und die Bundesagentur für Arbeit unterstützt eben dieses Konzept von Kurzarbeit durch das Kurzarbeitsgeld, wodurch dann auch wieder ermöglicht wurde, dass Leute in einem Betrieb eben gehalten werden konnten. Die Arbeitslosigkeit zumindest statistisch nicht gestiegen ist, während jetzt die Unternehmen dann eine problematische Auftragslage hatten. Ja und zum Schluss sprechen wir noch über die strukturelle Arbeitslosigkeit. Und das ist wohl auch die generell signifikanteste Form von Arbeitslosigkeit. Und die entsteht erstens durch den Wandel der vor Ort tätigen Unternehmen, beispielsweise, so kennen wir das hier bei uns im Ruhrgebiet, durch die Deindustrialisierung, wo dann viele, die vorher in einer Branche tätig waren, dafür ausgebildet wurden, mehrere Jahre Berufserfahrung hatten, plötzlich arbeitslos werden, weil die Unternehmen abwandern. Und die finden dann in den neu angesiedelten oder sonstigen Unternehmen eben keine Arbeit mehr. Das ist auch eigentlich der größte Faktor, warum wir hier eben im Ruhrgebiet so hohe Arbeitslosenzahlen hatten. Das ist auch was, was ich selber aus meiner Familie kenne. Ist ja auch was, was für andere Regionen gilt, also von Ostdeutschland ist es ja ähnlich, wo dann halt die Ostindustrie halt runtergefahren wurde und dann halt kein adäquater Ersatz geschaffen wurde, gab es ja auch eine Verelendung von ganzen Landstrichen darüber. Absolut. Was eben mit dieser Entwicklung natürlich zusammenhängt, sind zum einen politische Entscheidungen, wenn eben gesagt wird, wir opfern jetzt diese bestimmte Industrie, weil es sich für uns auch einfach staatlich nicht mehr rentiert, die am Leben zu erhalten. Zum anderen ist auch ein wichtiger Punkt, dass dann einfach die Löhne vor Ort zu hoch sind und das Unternehmen dann eben jetzt auch im Zuge der Globalisierung und der Öffnung eigentlich der Märkte überall auf der Welt dann einfach in eine andere Region abwandert, wo die Löhne extrem niedrig sind. Das kennen wir ja auch alle mit dem eigentlich konstanten Outsourcing in Unternehmen, gerade in den Industrieländern, wobei sich das ja eigentlich auch schon auf die sogenannten Schwellenländer auch übertragen hat, wo Unternehmen dann in Ländern mit noch niedrigeren Löhnen abwandern. Ja, und schließlich der letzte Punkt, der strukturelle Arbeitslosigkeit hervorruft, und das ist der technologische Fortschritt und die Produktivitätssteigerung. Das ist wirklich extrem signifikant, weil einfach in der konstanten Entwicklung immer weniger Arbeitskräfte für eine Ware benötigt werden, indem einfach die Maschinen nach und nach aufgerüstet werden und somit die Produktivität der jeweiligen Arbeitsstunde gesteigert wird. Um da nochmal einen Schritt tiefer reinzugehen, wir haben ja in Deutschland eine mittlerweile sehr spezialisierte Produktion, Anfertigung, wo halt viel weniger Leute gebraucht werden, wo halt dann auch viele Maschinen arbeiten, auch mit teilweise künstlicher Intelligenz gearbeitet wird und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig haben wir ja trotzdem eine große Produktion im Niedrigsektor, der halt ausgelagert ist in andere Länder. Also eben unsere ganze Kleidung, die halt in Bangladesch, in China und was weiß ich, wo hergestellt wird, da arbeiten ja überall noch Menschen dran. Aber das ist halt eben eine Form von Arbeitskraft, die hier in der Form für den Kapitalismus nicht mehr rentabel ist und deshalb wird sie jetzt halt woanders erledigt. Also diese klassische Fließbandarbeit, klar gibt es noch punktuell, zum Beispiel in der Autoindustrie oder so, aber auch da ist es ja schon komplexer und da wird ja auch dann mit Robotern teilweise zusammengearbeitet oder so. Ja, absolut richtig. Da sehen wir ja auch eigentlich immer mal wieder, gerade auch bei diesen Konzernen wie in der Automobilindustrie oder auch in anderem noch produzierenden Gewerbe in Deutschland, dass da eigentlich auch konstant immer wieder Stellen abgebaut werden, weil einfach mehr und mehr Schritte automatisiert werden können. Die Leute werden dann darauf umgeschult und wie gesagt, die Arbeitsstunde wird einfach produktiver. Und das ist wohl auch der relevanteste Punkt für die generelle Entwicklung und Grundlage für Arbeitslosigkeit. In der marxistischen Analyse von Arbeitslosigkeit wird das dann eben mit der sich verändernden Wertzusammensetzung des Kapitals beschrieben. Also es gibt eine Zunahme des Anteils konstanten Kapitals, den Produktionsmitteln, wir gerade schon beschrieben haben, einfach der Fortschritt der technologischen Entwicklung, die Produktivitätssteigerung und einem Rückgang dadurch dann auch des Anteils des variablen Kapitals, der Arbeitskraft. Es werden einfach weniger Arbeiter für die Arbeitsschritte benötigt. Und das ist einfach wirklich eine grundlegende Entwicklung in Gesellschaften, die technologischen Fortschritt verzeichnen. Das kann natürlich auch immer zu einer Stagnation kommen, aber im Endeffekt wird diese Entwicklung immer mit laufendem Wirtschaftswachstum für dann auch schließlich mehr Arbeitslosigkeit sorgen. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, weil das finde ich ganz interessant, wenn man mal drüber nachdenkt, dass es trotzdem sein kann, dass obwohl wir eigentlich diesen konstanten Fortschritt mit der technologischen Entwicklung haben, wir einfach in den Industrieländern durch die geringen Fertilitätsraten und die fehlenden Arbeitskräfte ja einen Bevölkerungsrückgang haben. Und wenn jetzt nicht bestimmte Faktoren wie eine hohe Migration das dann ausgleichen können, wir dann trotzdem eigentlich eine entgegengesetzte Entwicklung zu dem technologischen Fortschritt haben. Dass dann trotzdem zwar diese Arbeitslosigkeit dadurch entsteht, aber die wieder ausgeglichen werden kann durch den Bevölkerungsrückgang. Das ist tatsächlich auch ganz interessant, wenn man sich das anguckt, es gibt auch verschiedene Wirtschaftsforschungsinstitute, die sich damit auseinandersetzen, die auch prognostizieren, dass es in der Zukunft in Deutschland eben immer wieder mehr Richtung Vollbeschäftigung gehen könnte, einfach weil die Arbeitskräfte dann fehlen. Und das bringt uns eigentlich auch zu unserem nächsten Punkt, nämlich dem Ziel Vollbeschäftigung. Vollbeschäftigung. Diese ist, ich denke, auch selbstverständlicherweise ein Ziel, welches von allen Seiten, von allen politischen Parteien immer wieder betont wird, dass es um diese geht und alles dafür getan werden muss, dass alle in Lohn und Brot sind. Weil neben dem grundsätzlichen Erfolg des Wirtschaftens auf deutschem Grund und Boden oder eben durch deutsche Firmen im Ausland, sind eben diese hohen Steuereinnahmen, die durch Vollbeschäftigung erzielt werden würden, das wichtigste wirtschaftspolitische Ziel aller Fraktionen. Wir alle wissen, wie immer wieder in öffentlich-rechtlichen Medien über Arbeitslosigkeit diskutiert wird und die Statistiken als Indikator für die generelle Lage der Nation und den Erfolg der aktuellen Regierung beschworen wird. Historisch wurde die Vollbeschäftigung auch immer als selbst bei stark kritisierten Teilen deutscher Geschichte positiv vermerkt. Zum Beispiel Hitler 1939 durch den Reichsarbeitsdienst beziehungsweise Zwangsbilligarbeit durch deutsche junge Männer. Hier als Funfact, diese erbrachten nur 50% der Arbeitsleistungen im Vergleich zur Privatwirtschaft. Also primär ging es hier eigentlich um eine erzieherische Funktion und eine Remilitarisierung der Gesellschaft, die diese auf den herbeigesehnten Krieg vorbereiten sollte. Das vielleicht auch mal als Anmerkung an all die, die immer so ein bisschen Träumereien haben über den Nutzen von Zwangsarbeit. Wenn man sich das historisch anschaut, war das fast immer im Gegensatz zu der regulären Lohnarbeit einfach eine ziemlich unproduktive Geschichte. Ich meine, man kennt es ja selbst von den Arbeitseinsätzen in sozialistischen Ländern, wenn da irgendwie so Hilfsarbeiten in so einem Internationalismus passiert ist. Da hatten wir auch, glaube ich, zum Beispiel in unserer Folge über Nicaragua mit dem Genossen damals gesprochen, die dort dann halt so freiwillig eben in Form von internationalen Unterstützung dorthin gefahren sind und bei der Kaffeeernte geholfen haben. Er halt meinte so, ja, das war halt, was wir da gemacht haben. Wir standen halt meistens eher der Arbeit im Wege, als dass wir da jetzt wirklich geholfen haben. Und da ging es halt mehr um andere Faktoren, wie zum Beispiel, dass halt einfach Europäer da sind, die man halt nicht einfach so wegmetzeln kann, wie jetzt halt die Einheimischen. Und so hat also so eine Form von Arbeitseinsatz immer eigentlich eine andere Funktion, als dass es jetzt hier wirklich um einen wirtschaftlichen Erfolg geht. Ja, aber hierbei meint Vollbeschäftigung nicht wie manchmal angenommen, dass jeder arbeitet, sondern, dass die Arbeitskräfte auf nationaler Ebene maximal genutzt werden, beziehungsweise die Zahl der offenen Stellen, mit denen der Arbeitslosen übereinstimmt oder sie übersteigt. Zahlenmäßig wird hier je nach Staat beziehungsweise auch nach Jahrzehnt die statistische Definition von Vollbeschäftigung unterschiedlich angegeben. Beispielsweise war in Westdeutschland zur Zeit des Wirtschaftswunders ein Prozent in den 90ern vier bis fünf Prozent und als immer wieder antreffender Durchschnittswert mit zwei Prozent Arbeitslosenquote angegeben, um diese Vollbeschäftigung zu erreichen. Tatsächlich aber wäre eine absolute Vollbeschäftigung gar nicht wünschenswert, denn wie wir jetzt sehen werden, hat die Arbeitslosigkeit diverse Nutzen für den Kapitalismus. Erstmal sei noch mal einmal daran erinnert, wie wir es schon gesehen haben, mit der friktionellen Arbeitslosigkeit, dass die einfach eine immer existente Folge aus der Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung ist. Aber auch die anderen Formen von Arbeitslosigkeit werden jetzt mal ausgenommen von wirklich besonders stabilen Jahren von denen es in Deutschland ja auch immer weniger gibt und auch nur in bestimmten Regionen der Welt einfach generell signifikant fort existieren. Und wenn das eben so ein Fakt ist, dann lass uns doch mal anschauen, was denn genau diese diversen Nutzen von einmal Arbeitslosigkeit, aber vor allem auch der Verwaltung im Jetzt davon sind. Denn die Auszahlung von Sozialhilfe wie dem Bürgergeld hat nicht nur, wie es häufig dargestellt wird, mit humanistische oder altruistische Beweggründe, weil man einfach den Leuten mal ein bisschen hier über eine schwierige Zeit helfen möchte oder weil man es einfach nicht ertragen kann, dass Bürger in Deutschland leiden. Es ist eher so, dass erstens die Zahlung von Sozialhilfe auch in Krisenzeiten eine Stabilität im Konsum schafft. Ganz einfach, Bürger haben weiterhin Geld, um weiter zu konsumieren. Das heißt, man hat nicht einen kompletten Einbruch der Märkte in Krisenzeiten. Zweitens, dadurch, dass sie Geld haben, werden sie auch von schlimmster Verelendung zumindest, jetzt mal einfach durchschnittlich gesehen, nicht jetzt in Einzelschicksalen bewahrt. Und das bedeutet natürlich dann wiederum auch eine Verringerung von Kriminalität. Das ist ja wirklich was, was man auch sehen kann, entgegen der Darstellung von Rechts dann häufig. Einfach in Staaten, die ein funktionierendes soziales Netz haben, in dem die Leute in Krisenzeiten und in Arbeitslosigkeit aufgefangen werden, sind sie weniger dazu bereit, Kleinkriminalität zu begehen oder in organisierte kriminelle Strukturen als dauerhaften Broterwerb zu gehen. Und das ist nicht nur generell natürlich wünschenswert für eine Gesellschaft, geringere Kriminalität zu haben, sondern ist auch einfach ein Kostenfaktor, wenn man sich anschaut, wie unfassbar viel Geld in Sicherheitsstrukturen gesteckt werden muss und wie teuer das auch ist, Leute ins Gefängnis zu stecken. Und auf der anderen Seite verringert es natürlich auch das Elend auf der Straße. Das heißt, es hat auch einfach was mit dem Prestige und dem Image eines Staates zu tun, wenn eben das Elend möglichst weit weg vor den Augen der Bürger und der internationalen Gäste gepackt wird. Ich glaube leider, dass wenn man noch nicht mal versteht, wie Kriminalität entsteht und wie man generell Kriminalität eindämmt und dass das was mit materiellen Bedingungen von Leuten zu tun hat, dann fällt einem das als Rechter oder als Hardcore CSUler oder so glaube ich recht schwer nachzuvollziehen. Aber falls euch das schwer nachzuvollziehen fällt, dann gehört gerne mal in unsere Folge zu Kriminalität und Gefängnis im Kapitalismus rein. Und drittens werden Arbeitslose eben darüber hinaus dann auch noch in einem fixen System registriert und verwaltet und können so dann auch nach Bedarf genutzt werden. Um mal so ein bisschen darzustellen, wie gesteuert eigentlich das auch alles ist, wie ein Staat mit Arbeitslosigkeit umgeht. Arbeitslosigkeit ist auch einfach ein Reservoir für zukünftige Niedriglohnkräfte, die bei Bedarf mobilisiert werden können und somit dann bei fehlender Migration oder zur Verhinderung der Abwanderung eines Unternehmens eingesetzt werden können, um dann einfach diese günstige Arbeitskraft vor Ort bereitzustellen. Und das ist auch was, was in Deutschland wirklich gesteuert passiert ist. Also mindestens seit der Schröder-Kanzlerschaft hat Deutschland sich auch als Ziel gesetzt, einen Niedriglohnsektor im Land zu schaffen und dann auch zu erhalten. Und das ist auch eine Sache, die wird in zweierlei Richtungen forciert. Also zum einen gibt es halt hohe Steuersätze für leicht gehobene Einkommen, um den Aufstieg dann unattraktiv zu machen aus diesem Niedriglohnsektor. Zum anderen gibt es dann eben von unten eine so gerige Sozialhilfe, die die Arbeiten in einer Niedriglohnstelle dann wiederum attraktiv machen und natürlich auch den Wunsch bei den Leuten auslösen oder die Notwendigkeit eher, von Wunsch möchte man ja nicht sprechen, in diesem Niedriglohnjob dann auch einfach zu verbleiben, weil die Alternative so beschissen ist. Damit ist das Ganze auch eine Erziehungsmaßnahme für die guten Arbeiter und das Staatsbürgertum. Dass es Arbeitslose gibt, erhöht auch den Druck auf die Lohnarbeiter, die noch in Arbeit stehen. Das ist ja auch immer wieder eine öffentliche Diskussion, die wir in aktueller Zeit gerade erleben, dass halt gesagt wird, ja, die bekommen jetzt hier 50 Euro mehr zum Jahreswechsel, da lohnt es sich ja gar nicht mehr arbeiten zu gehen. Daraus sieht man ja schon, welche Logik halt darin steckt. Klar ist es auch erstmal als Reflex nachvollziehbar für Menschen, die 24-7 arbeiten, dann halt auf ihren Check gucken und sehen, okay, so viel mehr als Hartz IV verdiene ich gar nicht, aber das ist ja nicht das Problem, dass halt die Sozialhilfe sich an irgendwie einen Inflationsdruck anpasst, sondern das ist doch das Problem, dass die Löhne so gering sind. Aber hier besteht halt auch eine reale Angst, dann eben von anderen Interessensverbänden, die jetzt halt gerade nicht an der Regierung sind, dass das mit dem Lohndruck so nicht mehr funktioniert. Das Bürgergeld es eben nicht mehr schafft, Druck auf die Arbeiter auszuüben, hey, guck mal, wenn du da jetzt rausfällst, verdienst du so und so viel weniger, sondern wenn sich das immer näher aneinander angleicht, dann wird dieser Druck geringer. Ja, genau darin besteht dann ja auch eigentlich die aktuelle Krise oder das hatten wir ja auch schon historisch um die Sozialhilfe immer wieder, aber gerade mit eben den Veränderungen beim Bürgergeld ist, das hat sich diese Diskussion ja nochmal wirklich verschärft, weil es wird immer wieder dann darüber diskutiert, ist es jetzt schon ein reines Schlaraffenland, wo die Leute sich dann einfach reinsetzen können, niemand hat mehr Bock, die beschissenen Jobs zu machen oder natürlich gibt es auch andere Diskussionen darum, die dann ein bisschen kritischer damit umgehen, ist vielleicht auch Bürgergeldbezug auch einfach eine demotivierende Sache und müsste man das dementsprechend anders gestalten, er zieht das zu einer generellen Passivität und an sich, wenn man sich das anschaut, ist das ja auch aus einer revolutionären Perspektive einfach eine ziemlich tragische Geschichte, wo man sich dann eben da in diesem Widerspruch zwischen Niedriglohnsektor und Arbeitslosigkeit befindet, weil auf der einen Seite natürlich im Jetzt, Lohnarbeit ist fremdbestimmt, entkräftend, häufig wirklich miserabel, entlohnt und grausam, gleichzeitig fehlt es den Menschen im Jetzt, in den allermeisten Fällen, wenn sie arbeitslos werden, auch einfach eine sinnvolle Betätigung ohne Lohnarbeit, die wirklich auch einem das Gefühl gibt, ich werde irgendwo gesellschaftlich gebraucht, ich kann irgendwie, mich noch nicht mal als kreativ, aber einfach generell verausgaben und tue anderen Leuten damit was Gutes. Gleichzeitig ist man natürlich auch sozial absolut isoliert, wenn man arbeitslos wird. So, das kennen sicherlich alle, die entweder selber mal arbeitslos waren, Familie, Freunde hatten, weil sich schon alleine der Alltag komplett anders dann aufstellt bei den meisten Leuten. Und man ist natürlich auch gesellschaftlich marginalisiert. Wenn man sieht, wie über Arbeitslose in Deutschland gesprochen wird, ist ja wirklich die gängige Darstellung, die Person ist einfach nur ein reiner, nutzloser Kostenfaktor. Diese furchtbaren Verhältnisse, in denen man sich dann auch befindet, wenn man von sozialer Hilfe lebt, sollen dann natürlich zusammen mit den generell auch einfach schlechten Lebensumständen, die man hat, im Sinne staatlichen Handel zu einem Wunsch nach dem Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt führen. Und wie es dann eben genau um diese staatliche Verwaltung ausschaut, das schauen wir uns jetzt noch einmal an. Ja, wir haben es ja auch schon ein bisschen angeschnitten. Der Staat hat diverse Maßnahmen parat im Umgang mit Arbeitslosigkeit. Einmal ALG1 mit höheren Sätzen, je nach Einkommen, was man davor gehabt hat, was ja einfach nur im Prinzip dafür gedacht ist, als Überbrückung von der Arbeit, aus der man kommt und der Arbeit, in die man dann geht. Also einfach so eine Art von Überbrückungshilfe zwischen der Arbeit. Und aus dieser fällt man dann halt, wenn man es nicht schafft, einen Job zu finden, entsprechend in ALG2, beziehungsweise Bürgergeld, als die Form der Grundsicherung in Deutschland. Hier gibt es auch diverse Maßnahmen, um Menschen wieder in die Arbeit zu bringen, beziehungsweise ans Arbeiten zu gewöhnen. Wir haben dort in der Charity-Folge auch schon darüber gesprochen, dass es hier diverse private, kirchliche oder auch linke Träger gibt, die einen Teil der sozialen Last tragen und auch ALG2-Empfänger in diesen entsprechenden sozialen Einrichtungen dann arbeiten. Also wie viele Träger, wie jetzt zum Beispiel die Tafel, funktionieren eigentlich rein darüber, dass es halt Arbeitskräfte gibt, die Bürgergeld beziehen und dort dann eben ihren Teil beitragen. Also das finde ich auch, wird auch oftmals übersehen, dass es sehr wenige soziale Träger gibt, also so offiziellen sozialen Träger eben gibt, die überhaupt noch ohne Arbeitslose, die dort ihren Teil eben nicht wirklich freiwillig, sondern halt durch die Maßnahmen des Jobcenters halt leisten, eben in einer Verbindung mit natürlich auch der klassischen ehrenamtlichen Arbeit. Und darüber hinaus gibt es ja natürlich auch noch ganz viele Leute, die Bürgergeld beziehen und noch dazu verdienen. Ja, einfach weil eben der Arbeitsmarkt so beschissen ist und der Lohn so niedrig ist, dann einfach nur Bürgergeld als Grundsicherung nutzen und eben dann noch, weil es auch so gering ist, eben dazu verdienen, wobei natürlich der Großteil dann auch wieder abgezogen wird. Aber das ist natürlich auch eine Maßnahme. Ich meine, wir werden ja gleich in dem Gespräch mit Lia noch ausführlicher dazu kommen, um die Leute in Vollzeitarbeit zu bringen, weil sich einfach dieser Zuverdienst kaum lohnt. Klar, das macht schon was aus, das ist jetzt keine Bedeutungslosigkeit für Menschen, die Bürgergeld beziehen. Ja, international gesehen wird sehr unterschiedlich mit Arbeitslosigkeit umgegangen. In Deutschland gibt es ja auch gerade wieder sehr starke Diskussionen über die Tragweite der Sozialleistungen. Also wir sprechen halt auch heute hier in der Folge über die deutschen Zustände. Es wäre sicherlich auch nochmal spannend, sich dann zum Beispiel mittwochs Livestream im Anschluss an diese Folge nochmal darüber auszutauschen, wie das Ganze in anderen Ländern geregelt wird und was es dazu zu sagen gibt und auch vielleicht wie man das miteinander ins Verhältnis setzen kann zu dem, was in Deutschland passiert. Ja, und gerade dieser internationale Vergleich stiftet ja wirklich sehr viele Politiker in Deutschland dazu an, dann das Sozialsystem hier als besonders gut oder als sogar zu gut darzustellen. Da im Zentrum der Diskussion steht natürlich aktuell das Bürgergeld. Wir hatten es ja auch gerade schon angesprochen. Die große Frage ist jetzt immer, lohnt sich eine Vollzeit-Mindestlohnstelle überhaupt noch im Vergleich zum Bürgergeld? Und da wird jetzt von ganz vielen Seiten ganz viel rumgerechnet, ob das jetzt so ist, ob das nicht so ist. Rechte kommen dann bei ihrer Rechnung auf ein klares Plus. Bei der Wahl Bürgergeld statt regulärer Stelle, Linke und Linksradikale, versuchen dann zu errechnen, dass man immer noch 100, 200 Euro mehr in der Tasche mit Arbeit hätte. So oder so ist aber klar, und das meine ich jetzt mal ganz abseits von dem, was wir dazu denken, rein staatlich gesehen, gibt es hier einfach eine Krise- und Reformbedarf, da es tatsächlich einen Mangel im Niedriglohnsektor gibt und der Unmut in der Bevölkerung über diese Ungerechtigkeit stärker wird, die dann eben auch nur natürlich diese schwindende Grenze nach ganz unten zum absoluten Boden der sozialen Verhältnisse sehen. Und auch wenn viele Linke das natürlich nicht hören wollen und es eher auf die bonierte deutsche Mittelschicht schieben, gerade im Niedriglohnsektor oder bei kleinen Selbstständigen mit Kiosk oder Dönerbude, wie ich es immer wieder mitbekommen habe, wird hier eben besonders harsche Kritik geübt, wie ich es auch immer wieder gehört habe, weil gerade die Leute sich natürlich dann auch da dann am nächsten zu sehen und eigentlich gerne diese Abgrenzung hätten. Was man natürlich auch noch dazu sagen muss, was bei den ganzen Rechnungen von Linken dann vergessen wird, erstens, es kann schwarz nebenbei gearbeitet werden und zweitens es sind nicht nur 100 oder 200 Euro, sondern der Aufwand für eben das kontinuierliche Bleiben in Bezug vom Jobcenter oder 40 Stunden Arbeit. Ja und ich denke auch dazu ist jetzt wieder so ein klassisches Thema, wo wir uns als Link zu verhalten müssen und wo es uns dann auch oftmals schwerfällt, eine Position zu finden, aber ich finde halt wirklich, dass es diese Zentralposition sollte eigentlich sein, dass es halt jetzt ja nicht an den Erwerbslosen liegt, dass die es jetzt irgendwie zu gut haben, weil das haben sie offensichtlich halt nicht, weil ja auch tatsächlich das gerade so zum Überleben reicht, was man dort an Geld bekommt, sondern dass halt einfach der Niedriglohnsektor so eskaliert in Deutschland, der ja dann wiederum genauso ungefähr reicht, um gerade so zu überleben und das halt in einem der nominell reichsten Länder der Welt. Aber ich finde es trotzdem logisch und nachvollziehbar, dass diese Diskussion auch in größeren Teilen der Arbeiterklasse auch reaktionär geführt wird, weil nun mal noch weiter nach unten abzurutschen viel näher ist, als nach oben hin aufzuschließen. Also man ist halt, um das jetzt ein bisschen vulgär zu sagen, näher an der Straße als an den Millionen. Und deswegen ist es ja auch klar, dass hier halt solche Rechnungen gemacht werden, wo es dann um ein paar hundert Euro halt geht und da müssen wir halt dann eben ganz klar machen, sowohl das, was ich gerade gesagt habe, es liegt an der Lohnentwicklung und nicht, dass es mal 50 Euro mehr für Erwerbslose gibt und es liegt an den Reichen, die halt diesen großen Niedriglohnsektor brauchen, um in der Konkurrenz zu anderen Staaten eben weiter ihre fetten Gewinne abgreifen zu können. Und ich finde, wie wir auch jetzt in den Punkten schon gesehen haben, ist es auch einfach wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass es immer in dieser ganzen Frage Arbeitskämpfe, gewerkschaftliche Organisation, Sozialhilfe, Arbeitslosenorganisierung einfach diesen, ja leider sehr tragischen Widerspruch geben wird, dass einfach nach allen Maßstäben, mit denen man in Deutschland, aber in jedem kapitalistischen Land sozialisiert wird, das wird ja gerne auch einfach so kulturell jetzt irgendwie auf die deutsche Kultur oder so geschoben von Linken, was einfach komplett behämmert ist, weil es ist natürlich logisch, in einem kapitalistischen System wird einfach arbeitslos zu sein immer mit fehlender Leistung und mit Nutzlosigkeit gleichgesetzt. Und das ist halt auch einfach was, das haben wir alle irgendwo drin. Das haben ja sogar Leute natürlich drin, die selber arbeitslos werden und deswegen wird es immer diese Tendenzen dazu geben, weil auch einfach es, wie gesagt, staatlich gesehen dann ein Kostenfaktor ist für die Leute und das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen. Ich habe manchmal auch das Gefühl, das ist auch wieder was, das liegt daran, dass vielen Linken auch einfach diese Nähe zum ganz normalen Arbeitsleben fehlt, dass sie das auch einfach nicht so stark wahrnehmen und nicht davon abstrahieren können, dass bei fast allen Leuten einfach dieser Leistungsgedanke drin ist und da hilft es uns auch wirklich nicht, dass wir uns einfach darüber bonieren, sondern das muss man einfach in die Analysen mit einfließen lassen und da muss man, wie du es auch schon angesprochen hast, einfach auch ein gewisses Verständnis in der politischen Arbeit für haben. Ich finde es trotzdem wichtig als Zusatz nicht zu vergessen auch eine grundsätzliche Kritik an dieser Arbeitsideologie, die ja dann tatsächlich auch in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern stärker ist, auch wenn es jetzt halt bei Weitem nicht so ist, dass es hier nur in Deutschland der Fall ist und dass es nicht andere Länder gibt wie zum Beispiel in Japan, wo es halt nochmal auf einem ganz anderen Level stattfindet, aber das auch zu hinterfragen, nicht die soziale Realität zu verkennen, in der die Menschen leben und überleben müssen mit der Lohnarbeit und sich da irgendwie zu erheben und den Leuten halt irgendwie da vorzuschreiben und sich da so arrogant zu verhalten, wie es halt viele Linke tun, aber trotzdem war auch der anarchistische Kampf immer auch schon ein Kampf gegen die Lohnarbeit an sich und gegen dieses Dogma, was dahinter steht, sich halt verkaufen zu müssen und an alle die Auswege daraus zu finden, als wertlos darzustellen. Ja quasi, auch wenn das Wort jetzt bisher zum Glück noch nicht in der Debatte gefallen ist, aber eigentlich als Parasiten darzustellen, die halt an den werktätigen Massen hängen, die hier irgendwie ihr Lohn und Brot erstreiten und das andere faule Pack, das lebt halt nur von der Arbeit der anderen und das dürfen wir halt auch nicht vergessen, wie sozialisierend das halt ist. Trotzdem muss man das halt auch sensibel vermitteln und sensibel diskutieren, gerade weil es so relevant ist und gerade weil es halt einfach die alltägliche Realität der Menschen darstellt, aus der sie auch nicht so ohne weiteres herauskommen. Natürlich und ich meine, wenn wir in die Zukunft schauen, ist es ja auch einfach so, dass sich sehr viel auch arbeitstechnisch natürlich noch verändern wird. Wie gesagt, wir haben natürlich auch die Tendenz dazu, wie wir schon angesprochen haben, mit dem Bevölkerungsrückgang. Da kann es auch gut sein, dass sich das dann darauf auswirkt, dass trotzdem noch weiterhin wir eine sehr hohe Beschäftigungsquote haben, aber wir wissen auch nicht, wie sich das mit künstlicher Intelligenz, mit Automatisierung weiterentwickeln wird und irgendwann werden wir auch mit einem ausreichenden technologischen Fortschritt natürlich Arbeit generell noch viel mehr überdenken müssen und ich glaube auch, dass sich das gesellschaftlich ab irgendeinem Punkt weiter durchsetzen wird. Aber bis dahin ist es natürlich ganz wichtig, dass das, was wir jetzt gesagt haben, wir diese ganzen Überlegungen zu der Sozialisierung und dem Verständnis und der Wertzuschreibung von Arbeit einfach dabei im Kopf behalten. Und vielleicht abschließend eine Sache, die mir auch noch dazu einfällt, die ich glaube, die auch sehr relevant dafür ist, wenn eben über Geldbezug ohne Arbeit gesprochen wird, ist es auch einfach so, dass Bürgergeldbezieher, Arbeitslose für die meisten Leute einfach viel näher sind als jetzt beispielsweise der Aktionär, der Vermieter. Inzwischen wird das ja sehr selten nur noch privat gemacht, sondern du hast die großen Immobilienfirmen, die das machen. Und wenn man dann eben darüber spricht, Arbeit, Entlohnung, Entlohnung ohne Arbeit, dann ist das, was den Leuten natürlich aus dieser Ideologisierung um das Thema Arbeit immer als erstes einfach einfällt, der Arbeitslose von nebenan. Weil das ist die Person, die man kennt. Es ist ja auch beispielsweise so, beim Bürgergeld diskutiert ja auch wirklich niemand darüber, dass der allergrößte Teil, der allergrößte Teil von dem Geld, der für Arbeitslose aufgewandt wird, ja einfach direkt wieder in die Taschen von den Vermietern fließt. Weil das ist eine viel höhere Zahl als das, was für die Leute ausgegeben wird, was sie tagtäglich verkonsumieren. Aber das interessiert natürlich die Leute nicht wieder in dem gleichen Maß, weil es ist auch erstens ein Schritt natürlich weiter und es ist einfach nicht so nah von der Person, über die man spricht. Und ich glaube, diese Nähe dazu, das ist was, was es auch so einfach macht, dieses Thema Arbeitslosigkeit so einfach populistisch aufzugreifen. Ja, umso wichtiger finde ich es da einfach immer klar zu haben, dass wir unsere Agitation gerade gegen die eigentlich vor allen Dingen unproduktiven Teile unserer Gesellschaft richten, gegen die Bosse, gegen die Kapitalisten, die eben von unserer Arbeitskraft leben, die nicht ohne uns überleben könnten. Und da halt auch wieder zu einer ganz klassischen Argumentation zurückzufinden, um halt diese wirklich falsche Finte, die uns da die bürgerliche Presse legt, die uns da die Kapitalisten legen, um uns gegeneinander aufzuspielen, zu entgegnen. Wir haben also gesehen, die deutsche Sozialhilfe befindet sich in einer Dauerkrise. Politiker und Medien beschwören Arbeitslosigkeit immer wieder als das größte Problem, was Deutschland plagt. Deswegen wollen wir an dieser Stelle jetzt nicht mehr nur das Phänomen von Außen betrachten und analysieren, sondern vielleicht auch einfach mal nach Innen gucken. Und dazu sprechen wir heute mit Lia, die uns etwas über das Jobcenter von innen berichten kann. Lia, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal vor. Ja, hi, danke, dass ich da sein darf. Ich bin Lia. Ich arbeite jetzt schon seit mehreren Jahren im Jobcenter, immer wieder an verschiedenen Stellen auch schon, also habe da ein paar unterschiedliche schon kennengelernt, habe da auch meine Ausbildung gemacht, also bin sozusagen da von Anfang an irgendwie dabei und da ein bisschen reingewachsen. Ja, freue mich jetzt da ein bisschen mit euch drüber zu quatschen. Wir müssen ja ein bisschen aufpassen, dass du nicht irgendwie enttarnt wirst oder so. Deswegen werden wir auf jeden Fall natürlich Geschichten hören aus dem Jobcenter-Alltag, aber ein bisschen darauf achten, dass es nicht zu personenbezogen ist. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, lass uns doch mal da genauer reingehen. Wie ist denn das Jobcenter organisiert? Was kannst du uns dazu sagen? Ja, also generell das Jobcenter organisiert, das ist ja eine Zusammenarbeit der Kommune, also der Stadt und der Bundesagentur für Arbeit. Wird auch irgendwie oft verwechselt oder man denkt, das ist das gleiche Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, aber das ist nicht so. Also Jobcenter ist wirklich nur Arbeitslosengeld 2, also das Bürgergeld, wie es jetzt heißt. Ja, genau. Entweder es wird halt von der Kommune und der BA zusammengeführt oder es gibt auch Optionskommunen, heißen die, das wird dann nur von der Kommune geführt. Das ist dann manchmal, also das macht die Sache schon ein bisschen komplizierter, weil die Kommunen, die arbeiten nicht mit den gleichen Programmen, mit denen wir arbeiten. Wir haben andere Programme, das heißt, die Leute können schon mal im Bezug gewesen sein in irgendeiner anderen Stadt, kommen dann zu uns. Also es muss alles ganz von vorne gemacht werden, weil es halt ganz anders ist und wir haben halt keine Einblicke in die Daten. Das ist immer manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, grob kann man dann noch so sagen, dass die Jobcenter natürlich, die halt mit der BA geführt werden, die wichtigsten Abteilungen sind da auf jeden Fall die Arbeitsvermittlung. Die gibt es einmal als so ein Kern. Dann gibt es die Leistungsabteilung, das ist halt getrennt voneinander, wo dann einfach genau in der Leistungsabteilung natürlich es darum geht, die Anträge zu bearbeiten und alles, was so mit Geldleistungen zu tun hat. Dann die Arbeitsvermittlung, die dann halt dafür zuständig ist, da die Kunden und Kundinnen, wie wir sie nennen, in Arbeit zu vermitteln oder halt in bestimmte Maßnahmen und die wieder fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Genau, dann gibt es natürlich noch verschiedene Teams dazwischen. Kommt immer drauf an, von Jobcenter zu Jobcenter. Da gibt es noch ganz oft irgendwelche Sonderteams, die zum Beispiel für Geflüchtete zuständig sind, alleine, die für Obdachlose zuständig sind. Dann gibt es eigentlich immer eine Abteilung für Menschen mit einer Schwerbehinderung, dass da halt sozusagen Teams spezialisiert sind, die halt dann in den Arbeitsmarkt wieder zu integrieren. Und warum gibt es diese Aufsplittung nach eben Bundesagentur für Arbeit und dann Jobcenter eben diese Mischung aus kommunalem Träger und BA und dann nochmal, wie du gesagt hast, diese komplett kommunalen Konzepte. Warum ist das so aufgespalten? Das weiß niemand. Das fragen wir uns auch. Also das macht euch und den Leuten einfach nur das Leben schwer. Ja, genau. Sehr schön. Also wir sehen schon, die Organisation von Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, lässt sicherlich zu wünschen übrig. Was sind denn die Ziele, die intern euch vorgegeben werden? Wie wird auch so für euch dann die Aufgabe vom Jobcenter dargestellt? Ja, also von den wirklich irgendwie Bereichsleitern, Geschäftsführung ist natürlich das Wort Kundenorientierung immer das Allerwichtigste. Bei uns soll es sozusagen eigentlich auch heißen, der Kunde ist König. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. So verhalten tun sich die wenigsten, muss man sagen. Ich glaube, das ganze Konzept ist jetzt auch eigentlich nicht dafür gemacht, irgendwie wirklich kundenorientiert zu sein, aber das ist eigentlich immer das, was uns so gesagt wird. Und natürlich alles, worauf wir irgendwie hinausarbeiten, ist halt, die Arbeitslosigkeit zu beenden. Also entweder den Leistungsbezug zu beenden oder halt die Arbeitslosigkeit. Das wird halt auch natürlich mit allen Mitteln und Wegen irgendwie gemacht. Also da kann man sich auch die Arbeitsvermittlung angucken. Da würde man ja eigentlich vielleicht erwarten, dass es darum geht, die Leute wirklich irgendwie gut auszubilden, weiterzubilden, vielleicht auch Berufswünsche wahrzunehmen. Das ist aber eigentlich kaum möglich. Also so viele Menschen, die das Jobcenter betreut, da kann man wirklich schlecht auf die Einzelnen individuell eingehen. Und es ist tatsächlich auch in der Arbeitsvermittlung einfach so, dass da nach Zahlen gearbeitet wird. Also wenn die Mitarbeitenden in der Arbeitsvermittlung nicht so und so viele Leute vermitteln, wenn die nicht so und so viele Gespräche führen, also da läuft alles nach Statistik. Es geht eigentlich nur um Zahlen. Es ist ein bisschen wie so Fließbandarbeit. Also es werden die Leute einfach eingeladen, dann werden kurze Gespräche mit denen geführt und dann weiter geht's. Was passiert denn, wenn die Quote, sag ich jetzt mal einfach, nicht erfüllt wird? Oder gibt es dann sogar eine Positivverstärkung, dass man dann eine Provision bekommt, wenn man besonders viele Leute vermittelt? Gibt es vielleicht irgendwie so ein bisschen DDR-Style, irgendwie so die besten Mitarbeiter des Monats, wie viel habe ich aus der Arbeitslosigkeit geführt? Gibt es denn eh kein Geschenkkorb? Ich glaube leider gibt es, was heißt leider, zum Glück gibt es sowas nicht. Also ich denke mal, wenn da die Zahlen nicht so ganz stimmen, dann wird es vielleicht mal einen auf den Deckel kriegen von der Führungskraft. Aber da wird jetzt nicht irgendwie gemessen, wer ist jetzt der Beste, wer nicht. Also ich habe es nicht so mitbekommen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es das irgendwo. Wundern wird es mich nicht. Also die Jobcenter sind also auf Massenabfertigung ausgerichtet. Das heißt, dann wird es ja auch ziemlich grobe, sage ich mal, Beratungsschemata, Konzepte geben, die immer wieder angewandt werden. Kannst du uns ein bisschen darüber was sagen, wie genau das ausschaut, wie sich das vielleicht dann auch von Land zu Land unterscheidet? Genau, also das unterscheidet sich tatsächlich von Jobcenter zu Jobcenter. Also ich habe schon in mehreren gearbeitet und habe wirklich da auch immer komplett unterschiedliche Sachen erlebt. Das Schwierigste ist halt immer natürlich, was jetzt auch der Corona-Pandemie ein bisschen geschuldet war, dass da die Jobcenter komplett geschlossen wurden, dass man vorher natürlich immer einfach persönlich vorsprechen konnte. Man hat sein Problem geschildert und dann wurde es eigentlich auch auf direkten Wege irgendwie versucht zu lösen. Dass man da wenigstens so die Chance hatte, da einen Ansprechpartner zu haben und irgendwie die Probleme relativ schnell aus dem Weg zu schaffen. Das gibt es jetzt beinahe gar nicht mehr. Es gibt nämlich nur noch sehr, sehr wenige Möglichkeiten für die Kunden und Kundinnen zu uns zu kommen und die Probleme so auf direktem Weg zu lösen. Entweder es sind nur Termine, die man halt bucht, also keine persönlichen Vorsprachen mehr, einfach so, sondern halt erst einen Termin buchen, wobei es für die Jobcenter auch keine Online-Terminbuchung gibt zum Beispiel, sondern man muss halt trotzdem immer erstmal anrufen oder vorbeikommen. Und das ist halt wirklich alles, wie das da abläuft, so mega kundenunfreundlich, dass man es denen wirklich praktisch unmöglich macht, in einer relativ kurzen Zeit die Probleme zu lösen. Das finde ich halt so super kritisch, weil da kommen halt wirklich Leute hin, die haben Großprobleme und man kann es jetzt vielleicht nicht direkt in zwei Sätzen klären, aber man muss es dann zum Beispiel an die Leistungsabteilung irgendwie weitergeben und sagen, der Kunde hat vorgesprochen, es gibt das und das Problem, wie sieht es aus. In manchen Jobcentern ist es so, dass man dann zum Beispiel auch, also die Menschen, die halt im Kundenportal heißt das, bei uns arbeiten, die halt sozusagen, ja, so ein bisschen die Informationen an Kunden und Kunden dann weitergeben, die so ein bisschen die Ansprechpartner sind und da dann ein bisschen rumtelefonieren. Das ist in manchen Jobcentern, kann man das gut machen, da kann man dann auch relativ viel, wenn man da motivierte Leute sitzen hat, kann man da auch schon ein bisschen was schaffen und den Leuten ein bisschen helfen, aber ja, in manchen Jobcentern ist sowas gar nicht gewünscht. Das heißt, man steht da und die Leute sagen einem, ja, ich habe hier irgendwie ein Problem, ich habe jetzt irgendwie drei Monate schon kein Geld bekommen, ich habe kein Essen, meine Miete wurde nicht bezahlt und du sagst, ja, ich gebe das dann mal weiter. Kannst halt irgendwie kurz reingucken, aber da erlebt man dann halt auch so Sachen wie, ja, ich sage der Leistungsabteilung Bescheid, sie werden Rückruf bekommen, dieser Rückruf wird nie kommen. Also es ist ganz bekannt dann auch die Kollegen und Kolleginnen, dass die in der Leistungsabteilung, dass die dann einfach sagen, das lösche ich, das ignoriere ich, ich werde diesen Kunden nicht zurückrufen. Ja, und die Kunden stehen dann natürlich zwei Tage später wieder da, weil denen eigentlich ein Rückruf versprochen wurde, die möchten einfach ihre Sachen klären, weil es da wirklich halt um die Existenz geht und ich glaube, das, ja, kommt bei vielen Mitarbeitenden nicht an. Und da tun sich halt wirklich Abgründe irgendwie einfach auf, dass da Konzepte manchmal wirklich so schlecht gemacht sind, obwohl halt immer von der Geschäftsführung gepriesen wird, wir müssen kundenorientiert arbeiten und wir sind ja so wichtig und das Jobcenter, dass wir bewahren den sozialen Frieden Frieden und ohne uns wird es hier ganz schlimm aussehen. Wenn es dann Kacke läuft, interessiert es dann aber auch irgendwie niemanden. Da müssen wir uns dann halt irgendwie durchboxen, da muss man motivierte Leute sitzen haben, die dann irgendwie sagen, okay, ich mache jetzt aber noch mal ein bisschen mehr, um das vielleicht irgendwie für den Kunden oder die Kundin regeln zu können. Aber wenn du das nicht hast und davon gibt es auch viele, dann sagen die halt, ja, Pech gehabt. Also ich würde schon sagen, das ist so ein systematisches Problem, dass hier dieses, der Kunde ist König, vom Kopf an schon nicht, nicht wirklich umgesetzt wird und das ist dann halt eher an der, an dem Engagement der einzelnen Arbeiter, Arbeiterinnen dort liegt, ob die jetzt halt mit Herzblut bei der Sache sind und halt wirklich was für die Leute dort erreichen wollen oder ob die einfach sagen, ja, scheiß auf die, ich probiere halt einfach hier nur möglichst chillig zu arbeiten. Ja, ganz genau. Also so ist es 100%. Wenn man wirklich da jetzt auch ein bisschen was machen will, man weiß auch dann irgendwann, welche Leute man anruft, welche Leute man vielleicht nicht anruft, zum Beispiel aus der Leistungsabteilung, weil man weiß, die einen, die machen jetzt wirklich was, mit denen kann ich jetzt reden, die versuchen da jetzt wirklich nochmal das Möglichste rauszuholen und man weiß halt, bei manchen, da ruft man dann an und die sagen, ja, Pech gehabt, der hat seine Unterlagen irgendwie nicht eingereicht und selber schuld. Das ist halt auch so ein ganz gängiges Thema, dass halt, ja, wir dafür nicht verantwortlich sind. Die Kunden, die sind dann halt selber schuld, ja, die haben ihre Unterlagen nicht eingereicht, irgendwie sowas. Also da wird selten die Schuld bei sich selbst gesucht und wenn dann da mal ein Antrag drei Monate liegt, ohne bearbeitet zu werden, werden sich halt irgendwelche Sachen ausgedacht, irgendwelche Sachen angefordert, die man nicht anfordern muss, die eigentlich gar nicht nötig sind, um das halt irgendwie ein bisschen noch rauszuschieben, den bearbeiten zu müssen. Also da erlebt man wirklich manchmal Sachen, wo man sich einfach an den Kopf packt und denkt, mein Gott, was ist denn los mit euch? Zum Beispiel? Ja, wie gesagt, zum Beispiel halt Sachen anfordern. Also ich kenne da wirklich Beispiele, wo jemand gesagt hat, ja, ich werde jetzt die und die Unterlage anfordern. Haha, die brauchen die ja eigentlich gar nicht, aber ich möchte den jetzt ein bisschen schwer machen. Also wirklich fast exakt in dieser Wortwahl, wo es auch Leute gibt, die sagen in der Leistungsabteilung, ich möchte nicht, dass er eine neue Wohnung bekommt, und ich will, dass er auf der Straße landet, wirklich auch menschenfeindlich sind. Also bei ganz vielen Leuten denke ich mir, warum arbeitet ihr hier? Ihr seid hier komplett falsch. Das ergibt für mich gar keinen Sinn, außer natürlich, dass man da guten Gefühl von Macht halt ausleben kann und das bekommen kann, weil man halt weiß, ich kontrolliere jetzt gerade die Existenz dieser Menschen und ich kann jetzt alles machen, was ich will, ohne irgendwie, ja, da groß Konsequenzen erfahren zu müssen. Für mich klingt es halt erstmal so ein bisschen nach einem Paradoxon, weil die Grundfunktion des Jobcenters, dass es sich selber gibt, ist ja, okay, wir wollen die Leute möglichst schnell irgendwie in Arbeit bringen. Die konkrete Realität sieht dann aber so aus, dass die Leute eigentlich gegängelt werden und sich nicht darum gekümmert wird, was da mit den Leuten passiert und es auch sehr, sehr wenig Angebote und Möglichkeiten für die Menschen gibt, sich da auch zu aktivieren. Also eigentlich läuft halt teilweise, das jetzt erstmal von, wie man das hört, so der Funktion ins Gegenteil. Andererseits kann man vielleicht aber auch sagen, okay, ist vielleicht dann der Gedanke dahinter, dass es halt so abgefuckt ist, dass halt die Leute sagen, boah, ich will halt möglichst schnell wieder in Arbeit kommen, weil das ist so ein Hickhack und so eine bürokratische Scheiße, mit der ich mir die ganze Auseinandersetzen muss. Da ist halt Arbeiten besser. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch generell hinter dem ganzen System die Idee. Man kann ja auch einfach sehen, was da Hartz IV, wie es früher hieß und jetzt Bürgergeld, was das so für eine Angst in der Gesellschaft verbreitet hat, dass man halt einfach schon Angst hatte, was ist, wenn ich jetzt arbeitslos werde, was ist, wenn ich jetzt in diesen Hartz-IV-Bezug irgendwie falle, dass das ja schon fast irgendwie wie eine Bestrafung sich anfühlt, wenn man halt, ja, in den Bürgergeldbezug fällt, weil da werden einem auch so viele Freiheiten einfach genommen, wo man dann sagt, ja, okay, du arbeitest jetzt gerade nicht, also kannst du jetzt erstmal ein paar Sachen von deinen Rechten abgeben und von deinen Freiheiten, weil du bist ja irgendwie weniger wert. Also halt dieses, dass es halt so krass an Leistung irgendwie geknüpft ist. Natürlich unterstützt man dann dadurch auch, dass halt Menschen viel länger in ihrer Beschäftigung bleiben, in der sie vielleicht wirklich krass ausgebeutet werden, die ja eigentlich mega scheiße sind, weil sie sich denken, ich habe einfach zu viel Angst, jetzt diesen Job zu kündigen. Bekommt man ja auch zum Beispiel direkt eine Sperrzeit bei Arbeitslosengeld 1, ne, also dafür wird man ja auch bestraft, seinen Job selber zu kündigen. Das darf man ja eigentlich gar nicht. Das ist wirklich einfach nur darauf ausgerichtet, dass es wirklich so scheiße ist, dass Leute sich denken, oh Gott, ich will gar nicht kündigen, ich bleibe einfach hier in meinem kompletten Kackjob oder ich will irgendwie möglichst schnell wieder in Arbeit, weil das kann man sich hier nicht antun. Siehst du denn seit der Umstellung auf Bürgergeld eine Veränderung da? Weil ich meine, an den Sanktionsmöglichkeiten wurde ja auch nochmal was verändert. Siehst du da, dass sich das irgendwie jetzt großartig verändert hat in dieser Funktionalität oder vielleicht auch sogar, dass die Jobcenter jetzt andere Mittel dann wählen aus ihrem Repertoire, um auch weiterhin diese Funktion aufrecht zu erhalten? Ja, also super viel hat sich ja nicht geändert. Also es wurde ja zum Beispiel Vermögensfreibeträge sind ein bisschen höher geworden. Man darf ein bisschen mehr verdienen. Nebenbei die Sanktionierungen, die wurden ja mal ausgesetzt während der Corona-Pandemie und jetzt darf man nur noch bis 30 Prozent mindern. Ist ja auch so schön, das Jobcenter hat es super gut drauf, Sachen zu verschönern. Also bei uns heißt es nicht mehr Sanktionen, sondern Leistungsminderung. Also wirklich großartig, was geändert hat sich eigentlich nicht. 100 Prozent Sanktionen, die wurden ja auch vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig beurteilt. Da ist jetzt auch wieder eine Diskussion, ob das wiederkommen soll. Ich glaube, viele Menschen beziehungsweise viele Mitarbeitende in den Jobcentern mit ihrer Einstellung, Menschen gegenüber würden das befürworten. Die würden sagen, ach, wenn die keine Lust haben zu arbeiten, dann sollen die doch einfach gar kein Geld bekommen. Dann dürfen die von mir aus auch einfach verhungern. Dann sollen die halt sterben. Habe ich auch schon so gehört. Genau so. Manchmal kommt man sich vor wie so ein Fiebertraum, wenn man da so Sachen hört irgendwie von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Aber das ist dann ja letztendlich genau das Amt, was diese Stigmatisierung in der Gesellschaft auch verdient hat, also was da ja genau reinpasst. Im Prinzip ist ja diese Entwicklung dann eine, die Erwerbslosen ganz unten in der Nahrungskette von der Gesellschaft stehen, auf die man halt herabschaut, auf die man halt herunterblickt mit den diversen RTL-Shows und sonst was, die halt den ganzen öffentlichen Fällen von der bürgerlichen Presse über Deutschlands frechste Arbeitslose und so weiter und so fort, wo man dann halt eben auch gut nach unten auf diese Menschen treten kann. Und dieses Amt führt ja dann im Prinzip auch so eine Art von Volkszorn eigentlich aus gegen diese Menschen und jetzt diese Umtitulierung, jetzt Bürgergeld und solche Geschichten ist ja eigentlich nur so eine Art Orwellsche Verschleierung der Realitäten dann an der Stelle und von der Funktion ändert sich überhaupt nichts. Ja, genau so. Also es wird halt alles ein bisschen verschönert, es wird halt minimal besser für Kunden und Kundinnen, aber ich würde jetzt nicht sagen, oh Gott, das ist jetzt alles so viel toller für die Leute und damit haben wir jetzt einen riesen Fortschritt gemacht, weil so in meinem Arbeitsalltag, also habe ich da gar keinen Unterschied gemerkt, gar keinen, außer dass sich halt für uns Sachen verändert haben, wie wir die Leute beraten müssen. Und Arbeitsalltag ist ja auch ein gutes Stichwort, du hast ja auch einige Fallbeispiele für uns mitgebracht, dann lass uns da doch mal hören, jetzt wirklich konkret an einem Beispiel, wie übersetzt sich dann diese Organisation, diese häufig menschenfeindliche Haltung der Angestellten dann in die Praxis mit dem sogenannten Kunden? Ja, also ich glaube, fast mit das größte Problem, was wir da haben, ist Rassismus tatsächlich, das ist wirklich ganz schlimm, also Nationalitäten, sobald die Leute nicht deutsch sind, gibt es tausende Vorurteile, das ist wirklich gängig, das habe ich in jedem Jobcenter bis jetzt so erlebt, wo dann halt sogar das so weit geht, dass sowas in die Organisation des Jobcenters mit aufgenommen wird. Es gibt ein Jobcenter, was zum Beispiel, wenn EU-BürgerInnen hier hinkommen und so einen Arbeitnehmerstatus haben, dass die dann zum Beispiel die Fahrtwege, wenn die Kunden und Kundinnen dann angeben, dass sie arbeiten, das wird abgefahren, um zu gucken, ob das denn alles so hinkommt und das wird nur für Rumänen und Bulgaren gemacht. Für alle anderen gilt das nicht. Rassistische Aussagen, die vielleicht zum Glück den Kunden und Kundinnen nicht direkt ins Gesicht gesagt werden, aber was so hinter den geschlossenen Türen abgeht, da ist wirklich alles dabei. Eine generelle Pauschalisierung auch von allen Leuten, sobald da eine andere Nationalität im Spiel ist, das ist wirklich so mit das Krasseste, was ich da so erlebe. Ich hatte mal eine Situation, da kam eine weiße Frau zu uns mit einem für die Kollegin nicht gut aussprechbaren Nachnamen, der nicht deutsch war und die Kundin ist dann gegangen und die Kollegin sagte dann zu mir, wen hat die denn geheiratet, bestimmt ein Schwarzafrikaner, damit der bleiben kann. Oder dann werden irgendwie so Rundmails geschickt, wenn Leute irgendwie Neuanträge bearbeiten müssen und die von Bulgaren und Bulgarinnen kommen mit bulgarischer Neuantrag, ich könnte kotzen, was halt niemanden interessiert, warum schickst du so eine Rundmail, weil es juckt niemanden. Es wird halt immer mit Vorurteilen gehandhabt, also Aussagen wie bei den Vietnamesen wissen die bestimmt auch nicht von wem welches Kind ist, arbeiten natürlich auch in einem Nagelstudio, was sonst, ja das sind ja Rumänen und Bulgaren, die kommen hier hin und arbeiten nie und nee, das geht nicht, guck dir die mal an, wo dann auch angekündigt wird, boah jetzt rede ich mal ein bisschen extra kompliziert, damit die mich auch bloß nicht verstehen und ich wieder ganz oben stehe und die wieder ganz unten und dann natürlich aber noch der Satz dahinter, ich bin ja keine Rassistin, aber das geht gar nicht. Rassist ist ja niemand. Nein, natürlich nicht. Oder zum Beispiel, dass gesagt wird, dass es bestimmte Bevölkerungsgruppen gäbe, zum Beispiel die Libanesen, die lassen sich ja auch gar nichts sagen von uns und die machen hier, was sie wollen. Das sind jetzt nur so ein paar Beispiele, die ich halt mal irgendwie mitbekommen habe, wo ich auch einfach versucht habe, da das auch mal weiterzugeben, aber da kommt man auch nicht weit, also mit einer Beschwerde, da passiert gar nichts. Also da steht die Teamleitung daneben und lacht darüber, weil das ja so lustig ist, wenn man so über Menschen redet. Das ist ja im Endeffekt dann so ein bisschen wie in der Radikalisierung von diesen ganzen Grundproblemen, die wir eigentlich schon in dem Verhältnis jetzt zu euren Kunden, Kundinnen angesprochen haben und generell auch der Sicht auf Arbeitslose, also dass es einfach diese Grundskepsis gibt, eigentlich könnten die Leute arbeiten, wollen aber nicht, sie gehen bewusst ins Bürgergeld rein, weil das ja so schön ist, weil es alles dieses paradiesische Schlaraffenland ist und ich meine jetzt bei Migranten ist es dann einfach nochmal viel verstärkt, weil man dann auch dieses Bild hat, was natürlich von den Medien gezeichnet wurde, die kommen noch bewusst hierhin, um sich dann in die soziale Hängematte zu legen, weil es einfach so schön ist und das ist ja auch was medial, aber auch politisch wirklich so viel befeuert und ausgeschlachtet wurde. Man denkt an die ganze Berichterstattung um die EU-Osterweiterung mit Rumänien und Bulgarien, seitdem können wir das ja immer und immer wieder eigentlich genauso hören. Ja, genau, also das, was sich so in den Medien abspielt und was man dann auch so in der Gesellschaft mitbekommt, genau das erlebt man halt auch komplett im Jobcenter. Das ist dann wirklich eigentlich so ein gutes Beispiel, ja, so ein Querschnitt der Gesellschaft so ein bisschen, da hat man natürlich auch sehr korrekte Leute, die da arbeiten, aber man hat halt auch, wie gesagt, die Leute, die dann sowas in den Medien lesen, sich natürlich von sowas beeinflussen lassen, davon dann halt auch überzeugt sind und ich merke auch einfach, dass der Großteil des Kollegiums, ja, da immer pauschal schon mal mit einem Vorurteil rangeht, immer erst mal davon ausgeht, die Leute wollen uns verarschen, die Leute haben keinen Bock zu arbeiten und die Leute, die kommen hier hin, weil die wollen nur Geld haben, die wollen hier nicht arbeiten, also das ist halt wirklich das, so eine Grundeinstellung, mit der die halt an alles rangehen, ne, und das merkt man dann ja natürlich auch. Das sind dann Gespräche, die man da versucht zu führen mit den Leuten, wo ich das irgendwie auch schon aufgegeben hab, weil da spricht man irgendwie gegen eine Wand, wenn man sagt, hey, ja, aber du weißt doch gar nicht, wie das ist und was in deren Leben passiert ist und wie es jetzt gerade aussieht, ja, und was ist, wenn's halt nicht so ist, also was ist, wenn's da einen krassen Schicksalsschlag gab und die Person jetzt halt deswegen irgendwie in den Bürgergeldbezug gerutscht ist, du behandelst den so, einfach nur wegen deinen Vorstellungen, als wäre das jetzt hier irgendwie der schlimmste Mensch der Welt. Ich mein, du hast es ja auch gesagt, es gibt überall in der Gesellschaft solche und solche Leute und sicherlich auch in allen Arbeitsverhältnissen gibt's halt auch irgendwelche Klüngel von rassistischen ArbeiterInnen und solche und Vorgesetzten und so, aber ich glaube, was ja nochmal das Spezielle am Jobcenter ist, ist dann, dass halt einfach diese Machtstellung halt existiert, also es gibt halt eine reale Möglichkeit für diese Leute, unterschiedliche Handlungen anzusetzen und unterschiedliche Menschen und wirklich Macht über sie auszuüben und das Leben von anderen Menschen halt wirklich zu erschweren und zu schädigen und das macht's glaube ich nochmal so, hebt's halt nochmal so heraus. Ja, definitiv. Da mach ich mir halt auch immer so Gedanken drüber, also mehr als die Hälfte der Leute, die gehört da einfach nicht hin. Man weiß dann natürlich auch als Einzelperson, dass man da total machtlos, das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich da auch immer noch arbeite, weil ich irgendwie denke, okay, ich möchte, dass da wenigstens eine Person sitzt, die nicht so denkt und die sich wirklich für alle irgendwie Mühe gibt, die da nicht solche Vorurteile hat, damit's vielleicht wenigstens ein bisschen besser ist und man wenigstens ein paar Leuten wirklich weiterhelfen kann. Aber das ist schon natürlich ein riesen, riesen, riesen Problem, dass halt diese Machtposition da halt so existiert und man muss sich das ja wirklich vorstellen, also da hängen Existenzen dran. Wenn wir sagen, gibt kein Geld, dann gibt's kein Geld. Es gibt auch nichts mehr unterm Jobcenter, unterm Bürgergeld. Wir sind die letzte Anlaufstation und wenn wir nichts geben, ja, dann stehen die Leute halt auf der Straße oder haben einen leeren Kühlschrank und das erlebt man da halt wirklich täglich. Man stumpft da fast auch ein bisschen ab, weil man da steht und jeden Tag kommen da Leute hin und sagen, ich hab jetzt seit Monaten kein Geld bekommen, ich hab fünf Kinder, ich kann ihn nicht ernähren, ich hab jetzt schon die dritte Mahnung von meinem Vermieter bekommen, der kündigt mir jetzt bald die Wohnung. Na, und man selber ist da halt machtlos und kann da halt einfach irgendwie nur versuchen, ein bisschen Druck zu machen. Aber das meiste, also solche Vorsprachen hat man da eigentlich jeden Tag mehrmals. Und dann gibt's natürlich zum Glück Notfallkonzepte, aber wo dann halt auch nur, kommt darauf an, von Jobcenter zu Jobcenter auch anders mit Lebensmittelgutscheinen zum Beispiel nur gearbeitet wird, wo dann halt wirklich auch nur Nahrung und Hygiene von gekauft werden darf und alles andere nicht. Es gibt tatsächlich auch noch so Barauszahlungen, aber das sind natürlich nur Vorschüsse, dass wir dann natürlich auch wieder abgezogen im nächsten Monat. Das finde ich auch ganz wichtig, dass du das nochmal so explizit betonst, weil diese Machtposition, die kann man glaube ich auch wirklich mit fast eigentlich keinem anderen Beruf vergleichen. Also wie du es gesagt hast, dass das wirklich die Existenz dran hängt. Deswegen finde ich das auch so spannend, wenn wir uns auch anschauen, wie häufig so Jobcenter dann auch gesellschaftlich gesehen wird, wie auch die Position der Mitarbeiter dort dargestellt wird, dann ist es ja eigentlich eher immer genau auf den Kopf gestellt, dass es so dargestellt wird, die Leute im Jobcenter, die sind die ganze Zeit von diesen faulen, sich weigernden, häufig auch aggressiven Kunden eigentlich in einer dauerhaften Bedrohungslage und man sieht gar nicht diese unfassbare, also wirklich unfassbare Machtdifferenz, die existiert, sondern es ist eigentlich umgekehrt. Man sieht eigentlich nur da dieses faule Arbeitslosenpakt, am besten noch dann mit migrantischen Wurzeln, die eigentlich eine dauerhafte Bedrohung nicht nur für unseren Sozialstaat darstellen, sondern auch ganz akut für die Leute, die da im Jobcenter arbeiten und die sind eigentlich nur von konstanter Überforderung, Überarbeitung und Gewalt betroffen. Ja, auf jeden Fall, also diese Darstellung, die finde ich total ein Quatsch. Ich muss sagen, also ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei, wenn man respektvoll und in Ordnung mit den Leuten umgeht und denen auch wirklich das Gefühl gibt, okay, hey, ich möchte jetzt dir hier wirklich helfen und ich versuche jetzt hier irgendwie alles, damit du vielleicht ein bisschen weiter kommst, dann hat man auch keine eskalierenden Gespräche. Natürlich gibt es mal Kunden und Kundinnen, die sind sehr sauer, also gibt natürlich auch irgendwie Gewaltübergriffe, Beleidigungen, aber wenn man sich mal vorstellt, in was für Situationen sich diese Leute befinden, was ich ja gerade schon einmal gesagt habe, die haben kein Geld für Essen, deren Miete wird nicht gezahlt oder die sitzen schon auf der Straße und die haben einfach nur diesen Druck, dass die einfach irgendwie überleben möchten. Ich wäre auch sauer. Ich würde da auch auftauchen und würde rumschreien und Leute beleidigen, aber so oft kommt das auch einfach nicht vor, wie es dargestellt wird. Also die meisten Leute sind einfach super nett, die meisten Leute, die sind total benügsam irgendwie, obwohl die sich in einer komplett beschissenen Lage befinden und sagen dann einfach, ja okay, dann muss ich das jetzt noch einreichen, ja okay, dann dauert es jetzt halt noch ein bisschen. Macht ja auch ein Stück weit Sinn. Ich meine, Jobcenter sitzt am längeren Hebel. Wenn sich jetzt jeder da wie die Axt im Wald verhält, dann weiß man ja auch selber, okay, man hat wahrscheinlich schlechtere Chancen, es dauert dann eh noch länger. Also das ist ja für die meisten Leute auch offensichtlich. Aber wo wir das ansprechen, das ist ja auch ein Teil von den Arbeitsbedingungen, die letztendlich im Jobcenter dann halt da auch herrschen oder angesprochen werden. Vielleicht können wir dahin so ein bisschen übergehen, wie das ist mit den Bedingungen für die Mitarbeitenden selbst. Also du hast ja schon gesagt, okay, das ist vielleicht eher dann eine Falschdarstellung, dass jetzt da die Mitarbeiter sich als eine Art Spießrutenlauf an den Kunden vorbei bewegen müssen, die irgendwie lünchen wollen. So ist es nicht. Aber wie kannst du generell so das die Arbeitsbedingungen beschreiben, wenn man dort arbeitet? Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, in welchem Bereich man da arbeitet. Also die Leistungsabteilung, da ist wirklich schon ordentlich viel zu tun. Dann kommt natürlich auch immer irgendwie dazu eine Krankheit, halt ein dauerhafter Ausfall von einer Kollegin oder einem Kollegen. Die haben da wirklich Massen, was die irgendwie bearbeiten müssen, wo die wirklich dann kaum hinterher kommen. Das ist wirklich ein Problem und was ich auch in der Leistungsabteilung einfach vor allem sehe, weil es da halt natürlich am wichtigsten ist, die Leute müssen erst mal das Geld haben. Bevor wir jetzt mal irgendwas anderes machen. Die Leute müssen erst mal in ihr Geld kommen. Aber wenn man da halt zu wenige Leute sitzen hat und die nicht hinterher kommen und dann halt so ein Neuantrag, den jemand gestellt hat, da drei Monate erst mal liegt, bevor der erst mal angeguckt wird und bevor erst mal Unterlagen angefordert werden, was ja auch 20 Stück sind, die die irgendwie erst mal alle zusammen suchen müssen und abgeben müssen. Und dann fällt den Kollegen ein, ach, da fehlt ja doch noch was. Und dann wird das eingereicht und dann fällt den Kollegen wieder auf, ach, da fehlt ja noch was. Und so zieht sich halt so eine Bearbeitung. Also wir sagen, wir haben Bearbeitungszeiten von vier bis sechs Wochen. Das aber auch im Optimalfall. Also so lange stehen die Leute halt ohne alles da. Also eine Überarbeitung sehe ich da auf jeden Fall. Da sind einfach keine Kapazitäten. Da wirklich gut irgendwie durch die Sachen durchzuarbeiten, wie es jetzt so in der Arbeitsvermittlung ist, ist schwer zu sagen. Kommt auch immer aufs Team ein bisschen drauf an. Die haben schon so ihre paar hundert Fälle, die die betreuen. Also eine Person, die für mehrere hundert Leute zuständig ist. Da kann man sich vorstellen, da ist nichts mit irgendwie individueller Beratung oder so. Oder ich nehme mir jetzt super viel Zeit für dich, um über deine Berufswünsche zu reden. Sondern da geht es wirklich einfach nur darum, ja, haben sie sich beworben? Hier, sie müssen jetzt auch mal selber machen. Ich schicke ihnen ein paar Stellen zu. Ob das jetzt passt? Ob sie da jetzt Bock drauf haben? Keine Ahnung. Ich habe hier eine Maßnahme. Das Geld muss ja auch irgendwie raus. Wir stecken sie da jetzt rein. Und da kennt man ja auch so Storys von total abstrusen Maßnahmen, um die Leute halt irgendwie aus der Arbeitslosenquote zu bekommen. Und weil man halt auch als Arbeitsvermittler oder Arbeitsvermittlerin Vorgaben hat, wie viele Maßnahmen man vergibt. Also ob das jetzt nötig ist oder nicht. Am Ende muss man sagen, ja, ich muss jetzt hier irgendwie noch was vergeben. Also vergebe ich jetzt einfach Quatsch. Das war so das Absurdeste, was du so mitbekommen hast an so einer Maßnahme für eine Person. Aber tatsächlich habe ich das so selber so gar nicht miterlebt, weil ich ganz lange auch nur so mit Geflüchteten zusammengearbeitet habe. Da gab es halt immer nur Deutschkurse und Sprachkurse, Integrationskurse als erstes. Aber man kennt das ja schon so ein bisschen auch aus den Medien, wo Leute dann zum Stricken irgendwie, damit die, wo das dann so angepriesen wird, ja, die brauchen ja erstmal wieder eine Tagesstruktur, die müssen ja erstmal wieder aufstehen, um irgendwo hingehen zu müssen und so. Und das tut dann super gut. Das sind so dieses Arbeiten wieder erlernen, ne? Ja, ja, genau. Diese Modell-Supermärkte gab es so eine Zeit lang auch mal, ne? Ja, ja, genau. Wo man dann wieder so einkaufen geht, aber nur so zum Scheinen, also irgendwie. Ja. Richtig schöne Infantilisierung, dann wieder zum Kaufmannsladen. Ja, oder irgendwie so Rechnen lernen oder irgendwie sowas. Also das ist wirklich, da kennt man ja so komische Sachen. Es gibt dann ja auch so Bewerbungstrainings, die gehen dann so sechs Wochen lang, acht Stunden jeden Tag, wo du lernst, Bewerbungen zu schreiben oder halt betreut wirst, Bewerbungen zu schreiben. Ich weiß nicht, was man da die ganze Zeit machen soll. Also ich würde wirklich komplett eingehen und denken, scheiße, ich habe wirklich gar keinen Bock mehr. Aber wenn ich diese Maßnahme jetzt schmeiße, dann kriege ich eine Sanktion oder dann wird mir irgendwie mein Geld gemindert. Kann man gar nichts mehr zu sagen. Aber den Gedanken, den ich direkt habe, um nochmal auf das einzugehen, was du so zu den Arbeitsbedingungen beschrieben hast, also auch mit der Überarbeitung dabei, das wirkt ja wieder wie so ein klassischer Fall von starker Stress im Beruf, sehr, sehr viel was zu tun ist und die einfachsten Leute, auf denen das dann abgeladen werden kann, sind eben bei euch die Kunden. Nur, dass es halt nochmal natürlich was anderes ist, wenn ich jetzt beispielsweise in einem stressigen Beruf irgendwo in der Gastro oder so arbeite oder eigentlich in fast allen anderen Berufen auch, dann kann ich das natürlich nicht machen, weil am Ende kriege ich erstens einen auf den Deckel von der Geschäftsführung oder vom Manager und zweitens natürlich auch, weil es die Kunden verscheuchen wird. Aber bei euch ist es ja so, die Leute sind ja an euch gebunden, die können ja gar nicht anders, weil sie eben sonst auf der Straße landen, nichts mehr zu fressen haben und deswegen ist das ja natürlich nochmal was ganz anderes und dieses Ausgeliefertsein, das kann man ja, wenn überhaupt, vielleicht nochmal irgendwie mit Pflegeberufen oder so vergleichen, wo es dann auch mal diese Fälle gab, aber auch da herrscht ja dann trotzdem wieder ein anderes Klima bei der Überarbeitung, weil die Leute, die da reingehen, ja wirklich primär auch diesen Anspruch haben von, ich möchte den Leuten helfen. Und das klingt für mich wirklich wie eine unfassbar gefährliche Mischung dann, was das für die Leute am Ende bedeutet und was natürlich auch wieder so ein Fall ist, wo es so unfassbar schade ist, weil einfach nur auf die Kunden bei euch dann drauf zu hauen, die Leute, die von euch abhängig sind, das bringt ja niemanden in diesen Strukturen was, das macht ja teilweise sogar den Beruf, wie du es auch angesprochen hast, eigentlich noch schlimmer, wenn wir dann über so Gewalttaten oder so reden und dass die Leute selber stinkig sind, sondern eigentlich haben ja wieder auch in dem Fall sowohl die Leute, die auf euch angewiesen sind, als auch die, die im Jobcenter arbeiten, die gleiche Person, die für die Misere verantwortlich ist. Das sind die Leute eben an der Spitze. Oder um das noch zu ergänzen, was ich auch eigentlich daran finde, ist, dass ja, wenn ich halt gegen die Kunden halt davor gehe und halt irgendwie das alles in die Länge ziehe und die halt gängeln und so, dann sorgt das ja im Prinzip nur für mehr Arbeit auf Dauer für mich selbst oder meine Kollegen. Ich weiß nicht, manchmal höre ich schon auf, irgendwie versuchen, da einen Sinn drin zu sehen. Ich weiß manchmal wirklich nicht, was irgendwie das Problem von Leuten ist da oder was die, was für Ziele die da verfolgen. Weil, wie gesagt, wenn man einfach nett und freundlich mit den Leuten redet, dann sind die in den allermeisten Fällen auch nett und freundlich zu einem selbst. Ja, das sind alles ja keine bösen Menschen, die da hinkommen oder so. Aber ich glaube einfach, dieses Machtgefühl und dieses Machtgefühl auch irgendwie auszunutzen und sich Situationen zu schaffen, wo man sich halt sehr überlegen fühlen kann, herrscht unterbewusst bei ganz, ganz vielen Leuten da. Also das merkt man auch, wenn man sich so privat ein bisschen mit denen unterhält. Das ist dann immer so, ja, ich bin ja hier die, die arbeitet. Du schaffst gar nichts und du bist einfach, du bist hier der Arbeitslose und du möchtest jetzt etwas von mir. Also mach mal schön alles, was ich dir sage, sozusagen. Wo man das dann ja auch gut findet, dass die so wenig Privilegien irgendwie haben, dass denen das so, dass denen Freiheiten weggenommen wird, weil das ist ja nur eine Grundsicherung. Man soll sich darauf ja nicht ausruhen. Das wäre ja schrecklich und das soll man nicht machen. Und deswegen ist das auch alles total okay, wie das jetzt läuft. Es soll ja nicht so für lange sein. Das ist ja nicht so gedacht. Das soll ja wirklich nur also, ja, du kannst nur in einer mega günstigen Wohnung wohnen. Versuch die mal zu finden. In einem Monat gibt es zwei Euro für Bildung, die da eingeteilt sind. Ja, aber was ich dann dazu gehört habe, war ja, Bildung ist ja eigentlich kostenlos. Die Schule ist kostenlos. Die Bücher kriegt man dafür ja meistens auch. Und das ist dann total okay für die Leute. Also ich glaube, dieses Machtgefühl und dieses, ich habe hier jemanden, der irgendwie schlechter dran ist als ich, herrscht da schon wirklich sehr, sehr viel. Ob es jetzt bewusst ist oder unterbewusst. Ich finde das auch echt immer krass. Das ist auch sowas, was ich schon von so vielen Leuten gehört habe, was ja auch in der öffentlichen Meinung immer wieder genauso gesagt wird, dass man den Leuten auch wirklich nur das Mindeste gönnt. Dass es immer darum geht, jedes bisschen, was du über das absolute Mindestmaß von einfach nur Existenzerhaltung ist schon ein riesiges Sakrileg, ist eigentlich so ein absoluter Verrat an dem Sozialstaat, dass den Leuten irgendwie nur ein bisschen mehr gegönnt wird als das absolut Mindeste. Was mich nochmal interessieren würde, okay, wir haben jetzt gelernt, das Verhältnis von den ArbeiterInnen dort zu den sogenannten Kunden ist ein schwieriges. Ist dann zumindest das Verhältnis untereinander zwischen den Menschen, die im Jobcenter arbeiten, total super, weil ich meine am Ende des Tages auch die Menschen, die, auch wenn es so viele Mischstände gibt, sind ja auch Arbeiter, ArbeiterInnen, die wahrscheinlich, das kannst du ja auch nochmal was dazu sagen, jetzt auch nicht die Welt verdienen am Ende des Tages und wenn man es dann realistisch betrachtet, auch nur ein, zwei Stufen über den Leuten stehen, die dort angewiesen sind auf die Hilfe vom Jobcenter. Ist das Arbeitsthema mega toll und alle sind total super miteinander? Tatsächlich meistens schon. Also ich habe, natürlich gibt es auch irgendwie mal so diesen ganzen Büroklatsch und so und dann gibt es mal irgendwie ein paar Zickereien und hier wird was erzählt und da wird was erzählt, aber ich habe richtig gute Erfahrungen gemacht, also wenn man da mal so ein bisschen deren Ansichten irgendwie ausblendert, was halt meistens sehr schwierig ist, aber ich habe auch wirklich mit menschlich super netten Leuten, mit denen ich super gut klargekommen bin, zusammengearbeitet. Ich habe mich auch oft einfach sehr wohl gefühlt, wenn es nicht um bestimmte Thematiken ging, also das ist da wirklich immer so das Hauptproblem, aber wo ich mir dann natürlich auch den Arbeitsalltag jetzt nicht so viel schwerer machen möchte, als er sein muss. Ich werde mich da jetzt nicht auf jede Diskussion irgendwie einlassen. Ich möchte auch nur meine Arbeit verrichten und dann am Ende wieder gehen und da keinen großen Stress mit irgendjemandem haben und dann kommt man auch ganz gut mit den Leuten klar. Also das meiste ist da wirklich, dass man da schon auch irgendwie so einen Zusammenhalt hat. Ja und irgendwie glaube ich auch dieses Denken hat, so ja wir sitzen hier jetzt alle in dem gleichen Boot und gegen die Bürgergeldbezieherin halten wir jetzt zusammen und was weiß ich nicht, aber so das Arbeitsklima ist eigentlich richtig super. Ich habe wenig super Schlechtes erlebt, also das meiste ist wirklich top. Ich meine, das ist natürlich jetzt eine sehr schlechte Art von Organisierung in dem Sinne von wir gegen die als Arbeiter. Wie nimmst du das denn wahr, wie einmal die Geschäftsführung bei euch wahrgenommen wird und auch wie vielleicht dann man sich selber so im Verhältnis zu den politischen Entscheidungen darum sieht? Gibt es da auch Solidarität untereinander und Stunk vielleicht dann in dem Fall jetzt mal gegen die da oben? Ja schon auf jeden Fall, also beziehungsweise ich glaube viele haben es ein bisschen aufgegeben, weil man da auch einfach nicht weit kommt. Vor allem wird sich dann halt natürlich darüber aufgeregt, was da oben irgendwie entschieden wird und ja wir haben jetzt dieses Konzept und das machen wir jetzt so und wir sagen, ey das funktioniert überhaupt nicht, aber damit kommt man halt nicht weit. Das geht sogar zum Beispiel, also das geht wirklich gut klar, dass da auch da ein Zusammenhalt ist, wenn es um sowas geht. Natürlich kommt das auch immer so von Mensch zu Mensch, von Team zu Team darauf an. Ich habe selber mal erlebt, eine super beschissene Führungskraft zu haben und da haben wir alle zusammengehalten, also die auch irgendwie dann die Führungskraft versucht hat, irgendwie einen so gegen die anderen auszuspielen und so und wo wir gesagt haben, nee, das machen wir hier nicht. Das kannst du schön irgendwie selber ansprechen, aber niemand von uns wird das jetzt hier machen. Also da erlebe ich das schon die meiste Zeit, dass sich natürlich super viel auch aufgeregt wird über die höheren Etagen, aber man muss auch einfach sagen, man hat da eigentlich gar keinen Bezug zu. Also die nächste Führungskraft, die das ist, das sind die Teamleiter, mit denen ist man meistens eigentlich auch ganz gut, mit denen kann man viel regeln, aber es sind dann auch keine Leute, die da viel entscheiden, sondern also von der Geschäftsführung oder so bekommt man eigentlich gar nichts mit, außer dass die vielleicht mal an einem vorbeilaufen und man Hallo sagt. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein nahes Verhältnis oder so und wo wir dann glaube ich auch kaum bis wirklich gar keine Möglichkeiten sehen, da irgendwie Einfluss drauf zu nehmen, wie das alles ablaufen soll. Also was ich ziemlich spannend an dieser ganzen Frage und in diesem ganzen Verhältnis finde, ist auf der einen Seite, dass so mein Eindruck so ein bisschen entsteht, ich meine auch bei euch wird es selbst, wenn es halt auch in Team gut läuft und so weiter, wird es ja auch immer wieder mal Probleme vielleicht geben, die man halt in der Lohnarbeit nun mal hat als Arbeiter, als Arbeiterin und das dann wahrscheinlich viel Frust darüber und auch über den Arbeitsalltag einfach an den Kunden ausgelassen wird und dann teilweise auch weniger nach oben automatisch geht durch dieses Verhältnis, was halt existiert, was es dann halt schon deutlich schwieriger macht, dort halt eben ja auch vielleicht eine gewerkschaftliche Organisierung und auch füreinander einzustehen für seine Rechte und so weiter. Und auf der anderen Seite denke ich mir halt, dass es auch ein schwieriges Verhältnis ist, da in so eine linke Richtung was anzustoßen, weil einfach immer dieses Grundverhältnis von den Angestellten zu den Kunden existiert. Und das halt rauszubekommen, ist denke ich eine sehr, sehr, sehr schwierige Angelegenheit und nur etwas, was über einen längeren Zeitraum von Organisierung und Kulturwandel innerhalb von so einer Struktur, im ersten Fall natürlich mit Unterstützung von außen, passieren kann. Ja, ich weiß auch immer ehrlich gesagt gar nicht, ob es da in diesem ganzen System so viel Verbesserung irgendwie geben kann, dass es irgendwann mal eine gute Situation ist. Also ich glaube, solange es halt ja auch immer darum geht, dass es halt ein Existenzminimum ist, muss man halt wirklich eigentlich da irgendwie an das System ran und ich glaube, in dem bestehenden System wird da nie was richtig Gutes bei rumkommen. Ich glaube, dafür ist halt immer dieses Machtverhältnis viel zu groß und die Menschen, die da arbeiten, die man natürlich da jetzt auch nicht so super gut aussortieren kann irgendwie, auf die man halt auch keinen Einfluss hat. Ich meine so zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit, das ist so die größte Behörde, die es in Deutschland gibt. Da arbeiten so super viele Leute, da hat man da einfach irgendwie keine Kontrolle drüber. Und ich merke ja auch selber in manchen Diskussionen, die ich irgendwie mit Kollegen und Kolleginnen führe, dass da ja natürlich auch deren Gedanken so festgefahren sind und deren Vorstellungen irgendwie, dass da wenig irgendwie zu machen ist. Aber wir haben zum Beispiel auch eigentlich immer relativ, was ich jetzt immer so mitbekommen habe, relativ stabile Personalräte, die dann da auch relativ gut für uns einstehen und wo man sich natürlich auch mit einbringen kann. Und wir werden ja auch nach Tarifvertrag bezahlt und da wird auch gut gestreikt und da machen auch immer gut Leute mit. Also das ist schon, bin ich manchmal immer ein bisschen überrascht, dass das da alles so gut funktioniert. Ja. Okay, also dann in dem Bereich, was halt so Streiks und so weiter angeht, gibt es dann also da doch vorhandene Strukturen und Möglichkeiten. Trotzdem finde ich das Ganze so ein bisschen vergleichbar auch mit dem, was jetzt, das ist natürlich ein ganz anderes Feld, aber vor den 80ern gab es ja auch von der Linken aus gesehen dann relevante Teilnahmen an Bundeswehrstrukturen, wo man, sag ich mal, Linke in einen Bereich hineingehen, den sie eigentlich vom Grund her ablehnen. Also wie auch so ein Jobcenter in sich, wie von seiner Funktion her in der Gesellschaft, aber eben auf der einen Seite individuell etwas verändern können, aber sie natürlich auch, wenn sie, wenn wir an Bedeutung gewinnen in solchen Bereichen und auch ja Organisierung dort, dort machen und strategisch überlegen, wie wir uns dann auch besser aufstellen können, können wir natürlich auch wirklich gesellschaftliche Macht in solchen Bereichen erwirken. Und ich verstehe schon, dass es vielleicht aus so einer individuellen Perspektive da erstmal, ja, weil es auch sowas gerade gar nicht gibt im Jobcenter-Bereich, schwierig ist das so zu denken, aber trotzdem denke ich, dass es an und für sich möglich wäre, wenn man jetzt halt größere Kreise von Linken, die im Jobcenter arbeiten, sich halt zusammen organisiert, auch so eine rechte Hegemonie, die halt von diesem Grunddiskurs halt existiert, zumindest in einigen Jobcentern auch zurückdrängen könnte. Ja, also ich glaube, da müsste da schon ordentlich was passieren, das müsste schon wirklich in einem großen Maße irgendwie eingenommen werden und ich sehe das auch definitiv so, dass man da dann schon in dem herrschenden System jetzt es auf jeden Fall besser machen könnte. Also es wird halt trotzdem scheiße bleiben, weil es halt nicht cool ist und es ist viel zu wenig Geld und das ganze System drumherum, was unser Gesetzgeber sich so ausgedacht hat, ist halt einfach super beschissen. Aber ich glaube schon, dass man natürlich mit den richtigen Leuten an den richtigen Stellen da eine Verbesserung auf jeden Fall bewirken könnte. Ja, mir war das mal nochmal wichtig, das auch wirklich nochmal zu betonen, weil ich finde, das ist innerhalb der Linken so ein bisschen verloren gegangen, diese Überlegungen in Bereichen auch zu arbeiten und dann halt aber auch zu kämpfen, die wir halt eigentlich so grundsätzlich ablehnen und vielleicht wird es auch jetzt ein paar Leute in Kommentaren geben, die halt sagen, ja, wie kannst du denn da arbeiten, wenn da alles so schlimm ist und so weiter und so fort. Aber auf der einen Seite müssen wir ja alle von irgendetwas leben, müssen uns alle irgendwie auch selber verkaufen, um von dem Stich über die Runde zu kommen und auf der anderen Seite kann man eben einen Unterschied machen, was man ja an deinem Beispiel sieht und könnte man auch einen größeren Unterschied machen, wenn man auch in diesen Bereichen wieder stärker sich als Linke sieht und dafür Strategien entwickelt, wie man sowas auch von innen heraus, ohne jetzt den großen Marsch durch die Institutionen, bla bla, zu machen. Ja, und das ist natürlich auch ein grundlegendes Problem, dass die paar Leute, die dann vielleicht diesen Grundstein legen könnten, eigentlich dann auch von der Linken immer nur Abneigung gegenübergebracht wird. Und das ist ja auch was, was wir, wie du es schon angesprochen hast, jetzt auch mit der Bundeswehr beispielsweise als Institution auch schon selber in der politischen Praxis erfahren haben, aber auch wenn es um Leute, die beispielsweise jetzt im Sicherheitsbereich arbeiten. Und das ist ja das, was so schade ist, weil wenn wir wirklich jetzt mal von unserem jetzigen Zustand als Szene darauf schauen, wie es sein müsste, wieder als Bewegung zu sein, das ist ja auch, wenn wir uns das historisch angucken, das war immer mit allen Teilen der Gesellschaft zusammengewirkt, selbst denen, die in den wirklich auch repressiv arbeitenden staatlichen Strukturen drin waren. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass wir da einfach genau dieses andere Verhältnis wieder zu entwickeln, den Leuten einfach da offen gegenüberstehen, auch aus den ganzen Gründen, die du gerade nochmal genannt hast. Weil dann können wir wirklich auch genau das versuchen, nicht nur die Verbesserung in den Strukturen im Jetzt umzusetzen, sondern auch auf die Zukunft hinaus zu wirken, das wirklich gesamtgesellschaftlich revolutionär gearbeitet werden kann. Deswegen auch nochmal danke dir, Lia. Einmal, dass du heute da warst, aber auch, dass du diesen Grundstein dann im Jobcenter legst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Wir sehen und hören uns bald wieder. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Dich so schnell weg von hier. Wenn du denkst, dass linke, libertäre oder anarchistische Positionen eine stärkere Stimme brauchen, dann überlege, uns zu unterstützen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du diese Folge verbreitest. Pack uns auf deinen Social Media Kanal, erzähl deinen Freundinnen von unserem Projekt, von unserem Podcast, von unseren Videos. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann unterstütz uns doch einmalig über Paypal oder werdet zum Über-Tage-Ultra und komm in unsere Ko-Fi und Patreon-Community. Denn deine Hilfe ermöglicht dieses Projekt. Außerdem sind wir bei der Vorbereitung dieser Folge noch auf ein paar spannende Sachen gestoßen, die sich ebenfalls mit dem heutigen Thema auseinandersetzen. Diese wollen wir dir noch mit auf den Weg geben. Heute ist das, anstatt einiger Buch-Empfehlungen und Video-Links, die Empfehlung unsererseits, wenn ihr selber erwerbslos seid, nicht alleine zu bleiben. Sucht euch Hilfe. Geht zusammen zu den Amtsterminen. Sucht eure lokale Sozialberatung auf. Auch in Dortmund gibt es zum Beispiel bei uns im Unionssalon, aber auch im Blickpitchen und an anderen Stellen Hilfe von Genossinnen für Menschen im Arbeitslosengeldbezug. Oder wenn es in eurer Stadt bisher keine Sozialberatung gibt, baut doch eine solche auf und erweitert so das soziale Netz von links und unten. Das nächste Mal bei Über-Tage hört ihr uns übernächsten Sonntag. Und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch. Und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch.